Und damit begrüße ich euch zum heutigen Podcast. Ja, ich rede mal nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fange direkt mal an mit Raw, denn wir haben ein bisschen was vor uns. Denn Raw hat erstmal damit angefangen, dass Stephanie McMahon eine Ankündigung gemacht hat wegen dem WrestleMania Main Event. Da ja Schadeflair letzte Woche den Titel gewonnen hat. Und sie meinte erstmal zum kleinen April Shares, dass sie jetzt im Main Event stehen wird und das Ganze in Fatal 4 World wird. Die ganze Arena natürlich erstmal so am Buen, bis sie es dann selbst aufgelöst hat und hat dann allerdings gesagt, dass das WrestleMania Main Event nun zum Winner Takes All wird. Halte ich persönlich nicht wirklich viel von, weil wir haben nicht umsonst den Brand Split und den jetzt irgendwie dadurch dann zu vernachlässigen, obwohl man das eh schon die ganze Zeit tut, ist dann so ein bisschen unnötig. Aber naja, ist halt so. Und danach ging es dann auch schon weiter mit Brock Lesnar. Der sich auch mal noch kurz vor WrestleMania blicken lässt und mal wieder nur am Rumhampeln war, was ja von ihm gewohnt ist. Während Paul Heyman allerdings eine starke Promo gehalten hat, hat dann so gemeint, dass Rollins ja eh keine Chance haben wird, dass Brock Lesnar ihn ja wegfrühstücken würde und was weiß ich alles noch. Und das hat sich dann Seth Rollins nicht gefallen lassen, kam raus, hat auch eine starke Promo gehalten und gemeint, dass die Fans ihn ja eh nicht sehen wollen, was natürlich eigentlich jeder wissen sollte. Wo Brock Lesnar allerdings nur lachen konnte und ihn dann angerempelt hat, woraufhin erst mal Seth Rollins den Low Blow gezeigt hat und dann Brock Lesnar mal eben schnell abgefertigt hat. Viele gehen jetzt leider davon aus, dass er den Titel dadurch nicht gewinnen wird. Ich denke trotzdem, dass er den Titel gewinnen wird, beziehungsweise hoffe er es. Aber naja, was denkt ihr denn da? Ja, erstmal stimme ich dir voll ganz zu mit dem Titel Vereinigung quasi, also dem Winner Takes All. Das brauche ich auch nicht, bin ich kein großer Freund von. Aber naja, die Promo von Paul Heyman war wieder mal stark, aber das kennen wir ja nicht anders von ihm. Und Seth Rollins wissen wir auch, dass er gute Promos macht. Das war wieder allererste Sahne. Und ja, ich freue mich sogar ein bisschen auf dieses Match, obwohl ich mit Brock Lesnar gar nichts anfangen kann. Ich hoffe einfach, dass Rollins dann den Titel gewinnt. Hm, Winner Takes All, was soll man davon halten? Ja, an sich schon interessante Sache, aber wie Luchi schon meinte, wofür haben wir einen Roster Split, wenn der Sieger dieses Matches beide Titel bekommt? Also dann kann man den Roster Split doch ganz abschaffen. Von daher mal wieder relativ unsinnig. Aber wir sind es ja gewohnt von der WWE, dass sie immer wieder Sachen machen, wo wir denken, warum macht ihr das? Dann Seth Rollins und Brock Lesnar. Brock Lesnar war da. Ein Weltwunder. Wieder mal dickfetten Kalender markieren, weil so sehr oft tun das ja echt nicht vor. Paul Haym wieder mal eine klasse Brumme, was wir echt nicht anders gewohnt sind von ihm. Dann fand ich es mal wieder echt klasse, dass Brock Lesnar mal abgefertigt wurde von Seth Rollins, weil sonst ist ja immer er derjenige, der die Leute abfertigt, problemlos. Da fand ich es echt gut. Also ich hoffe echt, dass Seth Rollins den Titel gewinnt, weil wir brauchen endlich mal einen Champion, der auch da ist. Wie ich glaube es hieß, war letzte Woche, wo wir schon darüber gesprochen hatten, wo es dann hieß, sie wollen einen Champion, der wirklich Champion ist. Und dann, der alle paar Monate dann mal da. Also ich hoffe echt, dass Seth Rollins den Titel gewinnt, weil Seth Rollins ist sowieso schon präsent in den Shows und wird es, wenn er Champion ist, auch sein Liegensatz zu Brock Lesnar. Brock Lesnar soll ruhig zurück zu UFC gehen. Den brauchen wir bei Wrestling nicht. Das Problem bei den Frauen ist grundsätzlich, dass das ja schon auch vor zwei Wochen thematisiert wurde, dass man davon ausgeht, dass die Titel zusammengeführt werden und das ist jetzt der Schritt dahin, finde ich auch nicht gut. Ich meine, den Roster-Split bei den Frauen, die gibt es ja gefühlt schon gar nicht mehr, weil entweder du hast irrelevante Frauen, mal abgesehen von den Paaren, die tatsächlich noch Aufmerksamkeit kriegen und keine Sorge, Luki, ich zähle Mandy Rose tatsächlich noch dazu, aber alle anderen sind ja entweder gar nicht da oder sowieso verletzt. Und der Rest springt ja sowieso gerade darum, wo er will. Ich warte eigentlich noch auf die NXT-Folge, wo man mich Plastik zu sehen kriegt, so rein theoretisch zumindest. Ja, und Brock Lesnar und Seth Rollins, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich weiß, dass das sehr hitzig diskutiert wird, dass man ja im Moment tatsächlich davon ausgeht, dass Seth Rollins den Titel nicht gewinnen wird. Denn, um mal auf unser Discord zurückzugreifen, die erste offizielle Werbung für UFC scheint erst für 240 zu sein, für Brock Lesnar und das ist irgendwann, ich glaube, Ende des Jahres. Das heißt, er kann in der WWL noch ein bisschen rumspielen und dann machen die Saudis gerade Werbung mit ihm. Und ich glaube nicht, dass der nach Saudi-Arabien fliegt, ohne den Titel unterm Arm zu halten. Dafür kennen wir Brock Lesnar eigentlich zu gut. Also, schwierig. Ich wünsche es mir nicht, weil ich Seth Rollins gerne als Titelträger hätte, aber abwarten, ganz ehrlich. Es ist wieder so eine Situation wie damals beim Rumble, glaube ich, wo man auch erst gedacht hat, na, jetzt ist es soweit. Und dann hat er am Tag des Rumbles seinen Vertrag noch verlängert. Irgendwie war er da ganz, ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, was ich von den Winner-Takes-All halten soll, also diese Titelvereinigung. Naja, bei den Frauen, wie schon gesagt, sowieso gerade gibt es keinen Roster-Split, die sind überall. Und mit Lesnar stimme ich Daniel voll und ganz zu. Ich hoffe nicht, dass er den Titel verteidigt. Ich mag Seth Rollins auch, aber wie ja schon gesagt wurde, ist er beim Saudi-Arabien-Event ja scheinbar gebookt. Und ich glaube auch nicht, dass sie ohne Titel einen Brock Lesnar da hinschicken. Was natürlich jetzt auch sein kann, da kommen wir dann zu den ganzen Saudi-Arabien-Eventen. Momentan ist er ja noch Champion. Das heißt, wenn man ihn als Champion ankündigt oder generell ankündigt, möchte man so eher Spoiler umgehen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wenn er angekündigt wird. Das heißt nicht direkt, dass er den Titel auch verteidigen wird. Außerdem finde ich, dass man, wenn man ihn jetzt als Champion ankündigt, dass die Kartenverräuber vielleicht erst mal in die Höhe steigen. Wir wissen, die Saudis haben gerne viel Geld und dadurch können sie ja im Vorhinein durch Kartenverräuber schon mal viel Geld machen. Ob er dann als Champion am Ende mit hintrunk, ist eine andere Sache. Das ist denen dann am Ende relativ egal. Wenn es auch schon ausgerauft ist, haben sie schon mal Geld geschäffelt. Bei den Frauen hoffe ich natürlich, dass eine Becky Lynch-Doppelchampion wird. Bei Ronda ist sie auch noch nicht so sicher, ob sie überhaupt in Mama-Pause geht sozusagen oder ob sie doch da bleibt. Ich bin echt gespannt, ob wir sie nach WrestleMania noch sehen werden. Zum Thema, die Saudis wollen Geld machen. Die Saudis wollen aber auch gerne Geld bezahlen. Ich erinnere da an letztes Jahr, wo man theoretisch, wenn man gekonnt hätte, sogar einen The Rock als Champion hätte haben wollen. Wenn der nicht in irgendwelche Filmarbeiten verbaut gewesen wäre, hätten wir The Rock als Champion gesehen, der nach Saudi-Arabien fliegt. Weil die Saudis dafür noch mal eine Million mehr auf den Tisch gelegt hätten. Also, abwarten. Ich drücke die Daumen, dass es nicht passiert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter. Denn danach, nach der Werbepause, kam dann im Backstage-Bereich erstmal ein Interview für Seth Rollins, wo er darauf hingewiesen wurde, dass er den Titel ja nicht gewinnen würde, wenn er einen Low-Blow zeigt. Und seine Antwort war erstmal ganz trocken drauf, dass er halt dann kein Champion ist, aber halt nur bis jetzt. Also, vielleicht auch mal so ein kleiner Indiz, dass er vielleicht doch gewinnen wird, wegen dem bis jetzt noch am Ende. Na, da muss man echt abwarten. Ja, und danach ging es auch weiter mit dem Acht-Women-Tag-Team-Match, worauf ich am Anfang echt keine Lust hatte. Allerdings fand ich das dann doch nicht so schlecht, weil meiner Meinung nach war es auch kein schlechtes Match. Gerade die Aktion von Beth, die außerhalb dann erstmal Termina in die Barrikade reingetackt hat, sag ich mal. Und ja, danach hat Peyton Royce erstmal ihre Möglichkeit gesehen, hat sie wieder einen Ring getan, hat sie erstmal ein paar Slaps verpasst, worauf sie dann erstmal einen Finisher verpasst hat, äh, äh, abbekommen hat. Und den Peyton übrigens auch wunderschön gesellt hat, das muss man auch mal sagen. Und da war das Match auch schon zu Ende. Also wie gesagt, für mich kein schlechtes Match konnte man machen, gerade zu dem, wegen der ganzen Sache, weil ich gar keinen Bock drauf hatte am Ende. Ja. Hm, ich weiß jetzt nicht. Dieses Match, was ich davon halten soll, ist sehr, sehr, ähm, ja, komisch, würde ich sagen. Und manche von den Damen sehe ich da sehr, sehr gerne, die anderen überhaupt nicht. Deswegen, ich fand, dieses Match war in Ordnung, weil Termina und Naja nicht eingegriffen haben, so wirklich in das Match. Außer, dass Termina da durch die Barrikade geworfen wurde. Und dieses Match war super. Bis dahin, Belfeenix hat gezeigt, dass sie noch was kann. Und mittlerweile freue ich mich sogar auf dieses WrestleMania-Match. Ich finde das Match auch von sich ganz interessant. Ähm, ähm, nutze ich nur wieder ein bisschen Rundschmerzen bekommen durch unsere, ähm, Freunde von den Iconics. Aber das sind wir mittlerweile gewohnt. Ja, Belfeenix, wieder mal klasse, ähm, finde ich genial, dass jemand, der wirklich dann schon so alt ist, im Anführungszeichen, doch noch so gut wrestlen kann. Also Hut ab, kann ich jeder in ihrem Alter. Und von daher fand ich es echt interessant. Ja, Termina hat wieder mal schön was anbekommen, was ich sehr gut finde. Da wir alle eh, naja, Jackson Termina nicht wirklich mögen. Von daher, Redsat war 11 Minuten 14. Schön lang, nicht zu lang, nicht zu kurz. War in Ordnung, finde ich. Wenn es nach mir geht, könnte man aus dem Match einfach Termina und, naja, rausstreichen, weil mich persönlich nerven die zwei einfach nur noch. und nach dem, was ich da gesehen habe, frage ich mich auch, wie lange Sasha Banks das noch so machen darf, wie sie es macht, weil es vergeht gefühlt keine Folge mehr, in der sie nicht irgendwas verbotscht. Und zwar so, dass es selbst der blindeste Zuschauer erkennt. Ja, WrestleMania, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich finde die Einführung der Tag Team Titel für Frauen ganz gut. Schön, so wie es angesetzt ist, will ich es nicht sehen und so wie Sasha Banks aktuell arbeitet, will ich das auch nicht sehen. Und Malu, die lege ich ans Herz, du suchst doch einen Job, bewirb dich doch einfach bei Rewe, du machst super Werbung für deren eigene Produktpalette. Hä? Ja, mit dem Ja. Ach so. Okay. Der war nicht schlecht. Man wird hier noch reich. Um aber doch mal auf Sasha Banks zurückzukommen, vielleicht zeigte sie sich gerade bei den Meteoras, jetzt wo Alexa Black im Mainluster sein wird bald, mal vielleicht ein paar Unterrichtstunden, wie man den Meteor richtig ausführt, denn Alexa Black ist ein Meister. Die Frage ist dann bloß, ob sie es dann immer noch kann oder ob sie es dann immer noch verbotscht. Naja, hoffentlich verbotscht es dann nicht mehr, ne? Aber da ist ja nicht nur der Alexa Black, der die super kann, sondern auch ein Andrade, der die super zeigt. Also da sind zwei Leute, wo sie sich Unterrichtsstunden holen. Also meine Meinung zum Match, ich fand es auch nicht schlecht, dieser Glam Slam am Ende, der war mega gut. Also ich weiß jetzt auch, aber auch nicht, wer dieses Match bei WrestleMania gewinnt. Ist echt schwierig. Ich glaube, dass die Iconics das gewinnen werden, weil die irgendwie am schwächsten dargestellt wurden. Naja, aber die haben schon mal die Champions gepinnt. Kann man auch nicht vergessen. Deswegen, ne? Und trotzdem sind die die Analogs. Ich befürchte aber, sie werden die Titel einfach noch eine Runde behalten und erst beim Summerslam verlieren. Hätte ich auch nichts gegen. Bitte nicht die Iconics, dann kriegen wir einen Hörsturz. Hi, Iconics! So, nur noch gefühlte 20.000 Mal lauter. Das ist so schön, wie Michi das macht, der kann das so gut. Ja, also Michi ist auch schon noch einen neuen Job oder einen Nebenjob. Kann doch als bitte die Iconics werden hier als Schreier, Schreier irgendwie, keine Ahnung, als Antündiger für die zwei. Nein, danke. So, dass du das beherrschst. Also, du kreativer Nebenverdienst, Michi. Lass uns weitermachen. Bisschen, wir sind ja dabei. Lass uns weitermachen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment und das war dann auch schon die zweite Promo im Abend. Und zwar kam Batista raus, der auf die Promo von Triple H reagieren wollte, das aber in seiner eigenen Art gemacht hat. Denn erstmal hat er auf dem Titan schon gezeigt, wo ein Video abgespielt wurde, wo dauerhaft auch gesagt wurde, es gibt nichts, was Triple H in diesem Business nicht erreicht hätte, außer, dass er ihn noch nicht besiegt hat. Und ja, nach den Szenen kam erstmal die Antwort von Batista darauf und zwar nur Hunter, kiss my ass. Und dann kam auch schon der Mic Drop. War für mich, glaube ich, mit einer der lustigsten Segmente in der ganzen Raw-Ausgabe, vor allem, weil ich da den härtesten Lachflash bekommen habe, den ich hier gehabt habe. Einfach nur diese hier vier Wörter und gerade bei einem Batista, der das so gut rüberbringt, das ist einfach nur unfassbar gewesen. Ich für meinen Teil, ich hätte es noch ein bisschen mehr gefeiert, wenn die Promo einfach nur aus diesem Video bestanden hätte, so nach dem Motto, er stellt sich mit dem Mikrofon ins Ring, ins Ring, mhm, in den Ring und überlegt sich, will ich jetzt was sagen? Zwischendurch kommt immer wieder diese Einblendung von dem Video und am Ende des Videos entscheidet er, ihr seid es mir überhaupt nicht wert, dass ich den Mund überhaupt aufmache und geht wieder. Das wäre so meine Option gewesen, aber ich fand das hier auch nicht verkehrt. Stimmt Daniel, deine Sache, die du da gesagt hättest, es wäre nicht verkehrt gewesen, aber so fand ich es auch gut. Ich fand es gut und ich habe auch gelacht. Also, und vor allem passt das, weil Batista auch super zu seinem Gimmick, der muss man auch mal sagen. Ich fand es auch, ich wollte das noch sagen. Fand ich auch ganz interessant und Batista hat er echt gut gemacht. Vor allen Dingen wurde er bejubelt, weil er ja in seiner Heimatstadt ist. Und ja, mit diesem Video auf dem zweiten Turn kann man auch machen, ganz interessant. Und ich bin echt gespannt, wie es bei WrestleMania zwischen den beiden ausgeht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment und das war für mich so mit das unnötigste Segment in der ganzen Ausgabe. Denn wir hatten ein Lumbertech-Match und zwar zwischen Apollo Crews und Jinnah Mahal, das Apollo Crews gewinnen konnte in einem Squash-Match. Darf man auch nicht vergessen. Und nach einem Frog-Splash, ich wusste nicht, dass ein Apollo Crews-Match jetzt nach einem Frog-Splash beendet. Naja, auf jeden Fall kam danach noch so eine kleine Preview, sag ich mal, für Sonntag mit der Android-The-Giant-Memorial-Battle-Royal, wo am Ende auch nochmal Apollo Crews im Ringstunden gefeiert hat, weswegen für mich eigentlich auch klar ist, dass er das nicht gewinnen wird. Aber naja, für mich, wie gesagt, das unnötigste Segment in der ganzen Raw-Ausgabe, gerade wegen dem Lumberjack-Match, was ich verstehe, weil die haben wirklich nichts gemacht und das Match ging vielleicht drei Minuten. Warum? Naja, ich verstehe, warum man einen Lumberjack gebracht hat, damit man dieses Android-The-Giant-Memorial-Battle-Royal-Match aufbaut. Aber es so aufzubauen, mit einem Squash-Match bei einem Lumberjack-Match, verstehe ich überhaupt. Und vor allen Dingen, warum musste Jinder Mahal da drin stehen? Hättest du irgendjemand anders nehmen können? Matt Hardy, der ja auch irgendwie in der Battle-Royal drin ist? Oder EC3, der in der Battle-Royal drin ist? Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwen. Aber doch nicht Jinder Mahal. Ach, ich verstehe es nicht. Also das Ganze auf die Android-The-Giant-Metro-Royal zu schieben, finde ich schwachsinnig. Weil, was hattest du denn da stehen? Du hattest außerhalb des Rings und innerhalb des Rings, wobei innerhalb des Rings nur zur Hälfte, deine komplette B-Mannschaft. Das war doch im Prinzip ein ganz großes Zeichen der WWE, ihr seid für nichts anderes gebrauchen, als dumm rumzustehen. Also so habe ich das wahrgenommen. Und auch diese Match-Paarung, ein Apollo Cruz, der seit Wochen, egal ob beim Main-Event oder auch in den Hauptshows, immer wieder gewinnt und immer wieder gewinnt, kriegt dann, ich kann dir noch nicht mal sagen, aus welchem Grund, jemanden dahingestellt wie Jinder Mahal. Ich weiß nicht, was die WWE sich dabei denkt. Ich glaube, die WWE denkt sich da relativ wenig dabei, sonst würde sie es nicht machen. Aber, riebe ich dir recht, Daniel, man scheint wirklich weinen, dass Vince denkt, auch ihr, euch, die da drin waren, euch brauche ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich nur für sowas gebrauchen als Kanonenfutter und ja, ein Verschwindermahal. Naja, man braucht ihn nicht, aber er ist leider da und ja, man hätte wirklich viel lieber andere Leute wie EZ3 oder irgendwer oder die Hardys nehmen sollen. Aber wir kennen ja Vince, es gibt ja so einiges, das in der WWE nicht verstehen und dazu gehören wir meistens den Schattel von Vince. EZ3 ist kein guter Gegner. EZ3 wurde einfach mal schon, ich glaube zweimal von eben Apollo Crews beim Mail-Event einfach abgefertigt, dass keiner gesehen hat, weil Mail-Event sowieso keine Sau guckt. Verschwindermahal ist aber auch nicht wirklich ein guter Gegner. Ja, Jindermahal wurde mal so eben weggesquasht, wir waren da gesessen, haben geguckt und dann, bitte was, das war schon, so schnell? Naja, aber ich glaube, dass ein EZ3 bei der Battle Royale gute Chancen hat, sie zu gewinnen. Gerade weil er unzufrieden ist mit seiner Einsetzung und die meisten, die Battle Royale gewinnen, die unzufrieden sind. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, ich sehe es aber noch nicht, weil man ja einfach weiß, dass Vince keinen Bock auf EZ3 hat und wenn Vince auf jemanden keinen Bock hat, dann lebt er das auch bis zum Ende aus. Naja, aber die Battle Royale ist ja sowieso relativ unwichtig, außer die Trophäe zu bekommen, bekommt man ja nichts. Ja, wollte ich auch sagen. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment. Und zwar kam dann Kurt Engel, der weiterhin seine Abschiedstour macht und sein letztes Robin, alles klar, sein letztes Match bei Raw haben sollte, gegen Rey Mysterio anscheinend, weil der war ja auch im Backstage-Bereich. Und ja, allerdings bevor Kurt Engel noch was sagen konnte, beziehungsweise nach der, bevor er überhaupt anfangen konnte, das Match zu bestreiten, wurde er vom Ring-Announce unterbrochen, der auf ein Video hingewiesen hat, das nochmal seine ganzen Szenen von seiner Karriere gezeigt hat. Und am Ende vom Video stand dann auch ein Kurt Engel mit tränenden Augen im Ring. War für mich so ein schöner Moment, gerade zum Abschluss, bis halt dann leider Baron Corbin rauskam und erstmal so seine Standard-Promo gehalten hat, von wegen, dass er ja sich freuen würde, Kurt Engel seinen Abschied kaputt zu machen und was weiß ich, ich hab's nicht gebraucht. Aber naja, dann hat ihm Kurt Engel ein Match angeboten, so nach dem Motto, warum sollen wir bis Sonntag warten, wenn wir es jetzt machen können. Allerdings hat sich da Baron Corbin gedacht, nö, nicht mit mir, sonst wirst du ja noch verletzt werden und dann ist das Match an Sonntag auch weg und was weiß ich. Und dann kam auch Remy Serio raus, der dann, ich sag mal, jetzt nicht den Safe gemacht hat, aber der dann auch ein paar Worte zu sagen hatte und dann den Baron Corbin herausgefordert hat, was ich dann wiederum nicht verstanden habe. Aber naja, am Ende kam es dann zum Match, aber leider auch erst im Main Event, warum auch immer im Main Event. Und ja, ich würde sagen, zum Anfang ein gutes Segment, am Ende dann immer schlechter geworden. Mich hat diese ganze Tour von Kurt Engel einfach nur mega enttäuscht. Und das nicht aus seinen Entscheidungen heraus oder den Ergebnissen heraus, sondern aus dem Grund heraus, was die WWE wieder draus gemacht hat. Denn, wie wir ja erfahren haben, hat er die Gegner alle selbst handverlesen ausgesucht für seine Tour und effektive Matches haben wir gesehen, weil alle anderen wurden in irgendeiner Form unterbrochen. Und weil du das so schön sagst, wir haben keinen Match gekriegt von Kurt Engel, Baron Corbin hat uns auch ein Match gekostet. Denn der Vollpfosten hat ja Rey Mysterio verletzt. Deswegen hat es das andere Match, was angesetzt war, nämlich nicht gegeben. Weil der gute Rey Mysterio jetzt mit einer Knöchelverletzung zu Hause sitzt und nicht mal weiß, ob er bei WrestleMania antreten darf und kann. Also da muss ich jetzt Baron Corbin tatsächlich mal vielleicht in Schutz nehmen, denn ich habe das Video zur Verletzung gesehen und Baron Corbin kann nicht für das, wie Rey Mysterio aufgekommen ist. Also der ist eben nicht auf den Fuß getreten oder was weiß ich, sondern er ist einfach nur falsch aufgetreten und das glaube ich sogar nach seinem eigenen Move. Also da Baron Corbin die Schuhe zu geben ist vielleicht... Na gut. Auch ich muss hier mal Baron Corbin in den Schutz nehmen. Ich tue es nicht gerne, aber es war ja nach einem Back-Suplex von Baron Corbin, wo Rey Mysterio sich nach hinten gedreht hat und quasi einen Moonsault gezeigt hat, um dann zu landen und da falsch gelandet ist. Kann mal passieren. Ist scheiße, aber was soll's. An sich fand ich das ganz ganz in Ordnung. War interessant, dieses Match, obwohl man es echt nicht gebraucht hätte. Ich verstehe immer noch nicht, warum man immer noch daran festhält, Kurt Angle bei WrestleMania-Regen Brun Torbin zu lassen, wo es in der West-Interriere von Kurt Angle so viele gute Regner gab, zum Beispiel an John Cena, mit dem ja, wie ich schon bekommen habe, alles angefangen hat. Warum sich mit John Cena verenden lassen, wenn man im Moment eh nichts zu tun hat, Wrestling-mäßig. Aber gut, es ist Winzer ein Entscheidender im Endeffekt. Wir wissen ja alle, wie Winzer tickt. Und ja, mit der Verletzung von Ray, ja, dunkel laufen. Hoffen wir, dass er sich nicht wiederholt, weil er ist ein sehr breitender der West-Interriere und fände es echt schade, wenn er sehr lange ausfällt. Und ja, das war's, was ich dazu zu sagen habe. Ich sag nur, Kurt, mach ihn fertig. Und zu Ray hoffe ich, dass er noch rechtzeitig fit wird. Und das Match hätte ich auch nicht gebraucht. Achso, Malu, mach so weiter. Du sicherst dir deinen Posten in diesem Podcast echt. Weil alleine die heutige Folge deckt die Hälfte unserer Kosten. Kannst du schön spenden auf das PayPal-Konto. Ja, also, ich denke mal, Malu wird zu sein 2-Euro-Glück nichts mehr sagen. Deswegen gehen wir mal weiter zum nächsten Match, und zwar das Raw-Tag-Team-Titel-Match, wo die, wo Revival ihre Titel in einem echt starken Match gegen Ricochet und Alistair Black verteidigt haben. Allerdings ist das Match so ein bisschen dadurch ausgegangen, dass Ricochet ausgezählt wurde. Und ich bin eigentlich der festen Meinung gewesen, dass Ricochet und Alistair Black nochmal eine Chance bekommen werden. Ist jetzt dann doch nicht so, denn WWE hat selbst schon angekündigt, dass bei WrestleMania Kurt Hawkins und Zack Ryder die Gegner von Revival sein werden. Deswegen bekommen wir das in der Hinsicht schon mal nicht. Ja, nach dem Match ging es dann noch ein bisschen weiter, denn Ricochet hat erstmal Scott Dawson in den Ring zurückverfachtet, der einen Black Mass abbekommen hat und dann noch eine 630 hinterher. Besser hätte man es nicht lesen können, hätte man ein Match aufgebaut, denn ja, ist dann doch nicht so geworden. Aber trotzdem für mich eines der stärksten Matches bei Ricochet. Hey, das Match ging 12 Minuten, soviel ich weiß. Also mal die doppelte Anzahl an Matchzeit für Alistair Black und Ricochet. War echt ein gutes Match, dann wieder dieser Sprung über den Ringpfosten von Ricochet. Dann war er wieder mal Ast rein. Also, ich finde auch irgendwie komisch, dieses Ende nach dem Match, keine Ahnung, wieso jetzt Kurt Hawkins, Zack Ryder, auf einmal das Titelmatch erhalten, aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass man sie vielleicht so durch die Hinterlagen aufgebaut hat, dass sie ein Titelmatch bei WrestleMania erhalten. Dass jetzt Ricochet und Alistair Black ein anderes Titelmatch haben, keine Ahnung, macht für mich da für das Smackdown-Titelmatch wenig Sinn. Ich finde, dieses Match war super. Beide haben gezeigt, was sie können, was mich sehr freut. Der Sprung über den Ringpfosten war fantastisch, aber wir sind ja nichts anderes gewohnt von Ricochet. Und was soll ich zu dem angekündigten Match sagen? Ich freue mich für Ryder und Hawkins, aber ansonsten brauche ich das nicht wirklich. Also, hammer alles Match gewesen. Match aus dem fand ich sehr, sehr schade. Echt eine miese Aktion von der Revival, wie sie das Match gewonnen haben. Ich hätte es Ricochet und Alistair Black echt gegönnt, weil sie das Match einfach mal wieder extremst dominiert haben und auch mal wieder zeigen konnten, was sie können mit einer der zwölfminütigen Matchzeit, weil sonst hatten wir ja schon immer kürzere Matches gehabt. Daher verstehe ich echt nicht, warum Sergrider im Titelmatch steht und nicht alle drei sozusagen. Von daher, also, klar, ich gönne es den beiden, weil sie echt nichts, nichts gewinnigt bekommen haben, gerade die Chancen und alles in der WWE, weil sie ja nur am Verlieren waren. Daher klar, ich gönne es den beiden definitiv, aber ich hätte mir echt gewünscht, nach der Leistung in den letzten Wochen, dass Ricochet und das direkt die Titelmatch bekommen hätten, weil sie sich einfach durch ihre Matches, durch die Siege beziehungsweise auch durch die Matches allgemein, was sie gezeigt haben und alles den Titel, das Titelmatch eigentlich vollkommen verdient hätten. Gut, wir wissen ja, was passiert, da kommen wir ja gleich nur drauf zu sprechen, von daher mache ich mir um irgendwelche Titelchancen für Black und Ricochet überhaupt keine Sorgen, denn die bekommen sie ja und das bei WrestleMania und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist der zweite Schwung NXT Call-Ups, der erste Schwung muss sich so hart verarscht vorkommen, also wenn ich da so an Sanity oder auch an EC3 denke, die sich jetzt seit mehreren Wochen angucken müssen, wie sowohl eben Ricochet und Alistair Black als auch Heavy Machinery durch die Shows wandern und eingesetzt werden und gefeiert werden wie sonst was und EC3 darf beim Main Event gegen Apollo Crews verlieren oder den Spiegel putzen, ich käme mir hart verarscht vor und ja, man nutzt sie jetzt halt für die von uns ja letzte Woche schon so leicht angedeutete und erwartete Bestrafung wie die Usos bei Smackdown, aber da kommen wir gleich noch zu, von daher, vielleicht gewinnen sie ja die blauen Gürtel, mal gucken. Achso, ganz kurz noch, zum Thema Zack Ryder, grundsätzlich finde ich es saugeil, ich bete nur, dass nicht das passiert, was im Hintergrund im Moment diskutiert wird, dass es passiert. Du meinst den Reviver Split? Ja, genau den. Ich bin der Meinung, dass das ja nicht passieren wird. Aber naja, ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Segment und zwar hat man dann Backstage erstmal Alexa Bliss Tyler Breeze und EC3 gesehen, gerade spricht man von ihm, schon sieht man ihn nochmal. Also in dieser Ausgabe war er schon echt präsent und die haben über die letztwöchige Hammer und auf Plus Ausgabe geredet. Ja, als dann EC3 und Tyler Breeze über die Saturday Night Ausgabe von Wochenende gelacht haben, kam Bronsorme dazu und hat erstmal gefragt, was denn so lustig wäre, bis die beiden dann auf zwei Personen ein bisschen weiter entfernt von denen gezeigt haben, die dann gesagt haben, dass sie ja die letzte Ausgabe von Saturday Night anschauen und da hat sich Bronsorme erstmal gedacht, gehen wir mal hin und machen dem mal eine Ansage und wollte die beiden im Ring treffen und meinte, wenn sie nicht im Ring sind, später nicht im Ring sind, dann wird er sie Backstage finden, wie die anderen beiden Clowns und ja, danach ging es noch weiter mit Roman Reigns, der über das Match gegen Drew McIntyre reden wollte, aber schon nach ein paar Sätzen kam Drew McIntyre und hat ihn angegriffen und dann ging es mit einem wütenden Roman Reigns zurück in die Halle, wo dann der Ridesquad die Halle betreten. An sich finde ich, dass das, sag ich mal, zwei gute Segmente waren, gerade das erste fand ich wieder unnormal lustig, dass man Tyler Breeze von Fandango und auch das mit Drew McIntyre und Roman Reigns fand ich echt stark, auch wieder ein starker Aufbau für das Match der beiden, generell jetzt in den letzten Wochen, also das macht schon Bock, das anzusehen. Ja, aber das, doch, aber genau das ist ja das Problem. Ja, er war präsent, aber in welcher Form und das ist einfach, gerade bei EC3, den ich ja so vom Aussehen und von der Statur her immer mit Alberto der Rio verglichen habe und immer dabei gesagt habe, dass er vom Können her aber jetzt schon ein hundertfaches über Alberto der Rio steht. Es ist einfach mega Verschwendung. Er steht irgendwo für ein Backstage-Segment oder steht draußen am Ringen und muss gucken, wie seine Kollegen das machen, was er liebt. Macht mich schon wütend. Ohne Witz. Über EC3 möchte ich überhaupt nicht reden. Ich finde es eine absolute Frechheit und ja, der Rest. Es war eigentlich super, wie man die Fäde jetzt aufgebaut hat zwischen Roman Reigns und einem Drew McIntyre, wo ich nur hoffe, dass Drew McIntyre bei WrestleMania dann gewinnt, dass man ihn aufbaut und nicht direkt wieder Roman Reigns so hart aufbaut. Aber wir werden es sehen. Ich muss dazu sagen, ich gebe Lukey Manu da recht. EC3 ist echt eine Freche, was sie mit dem machen. Erste Truss hochziehen von NXT, wo man dachte und ihnen glauben zu lassen, jawohl, jetzt werde ich aufgebaut, so kann ich mehr was zeigen, was ich kann und dann lassen sie ihn, wie auch Daniel eben gesagt hat, Spiegel putzen oder sonstige Sachen machen. Es ist echt eine Freche, was sie mit ihm abziehen. Echt schade, weil ich vermute mal, also wir haben noch nicht zu sehr viel gesehen von ihm, zumindest ich nicht, aber ich vermute einfach mal, dass er nicht gerade der schlechteste ist, sondern dass er, wenn man ihn lässt, auch wirklich einiges zeigen kann. Daher echt schade, vielleicht kommt es ja noch, hoffen wir es mal. Ich kann dir zu EC3, was Matches angeht, eine Empfehlung geben. Geh einfach zum letztjährigen Takeover von WrestleMania. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, guck dir einfach alles an von ihm, von NXT, das reicht. Auf jeden Fall, äh, True Magnetire, Roman Reigns, ja, vielleicht brauchen sie True Magnetire, jetzt wird es auch und nicht wieder, wie sie die Wangen halt schon sehr oft gemacht haben, Roman Reigns wieder, bisschen Abwechslung, sich immer ganz schön. Lassen wir uns überraschen, wie es wird im Endeffekt, wir werden es am Sonntag, Sonntagmacht sehen, spätestens am Montag, werden wir wissen, wie es weitergeht. Mit EC3, mit Roman Reigns, mit Drew McIntyre und allen anderen. Wobei ich ja auch ehrlich sagen muss, dass rein von der Logik der WWE, sag ich jetzt mal, ein Roman Reigns gewinnen wird, weil der einfach in den letzten Wochen im Gegensatz zu Drew McIntyre schon echt schwach dargestellt wurde. Und ich glaube auch nicht mal, dass es ein Drew McIntyre so wirklich schwächen würde, wenn Roman Reigns gewinnt, denn wir haben immer noch einen Drew McIntyre, der jeden anderen innerhalb von ein paar Sekunden mit einem Claremor abfertigen kann. Deswegen, ich glaube, das würde weder was vom Standing kaputt machen, noch auch von seinem Man-Event-Push, den ich in den nächsten Monaten sehen werde. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Segment. Und zwar hatten wir das Six-Moment-Tag-Team-Match. Wir hatten diese Woche echt viele Tag-Team-Matches der Frauen. Aber zu dem Match muss ich, denke ich, nicht viel sagen, denn das ging nicht lang, denn sobald Ronna im Ring war, waren es da wieder nach zwei Sekunden vorbei. Deswegen rede ich eher darüber, was danach passiert ist und danach griffen sich die drei, also Ronna Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair erstmal, würde ich sagen, richtig hart an. Denn während der Match durften sie das ja nicht, sonst hätten sie ihre WrestleMania-Chance hergegeben. Ja, die drei konnten nur durch die Polizei, sage ich mal, aufgehalten werden, die sie dann in den Handsteigen gesteckt hat. Und nicht mal dann hat das geklappt, denn im Backstage-Bereich haben sie dann wirklich alles kaputt gemacht, von Autofenster zu das Gesicht von Ronna Rousey zu das Auto von den Polizisten, was weiß ich. Also das war, glaube ich, mit so das beste Segment von Raw und nochmal, auch um das Gesicht von Ronna einzugehen, dieses Knie von Charlotte Flair gegen Ronna Rouses Gesicht, holy fuck. Ich hätte dieses komplette Match, glaube ich, wenn ich in der Zusammenfassung dran gewesen wäre, absolut nicht thematisiert, wenn das Backstage-Ding nicht gewesen wäre, weil den Aufwand, das jetzt hier zu diskutieren, was im Ring passiert ist, ist es nicht wert. Und dann sagte Luki, warte mal noch ab und guck, was nachher noch passiert. Und ich hab gedacht, Alter, warum kriegen wir sowas nicht viel öfter zu sehen? Dieses Brawlen, dieses wir zahlkloppen Autos, wir brechen Ronda Rousey bald das Genick mit dem Knie im Gesicht, wo ich dachte, okay, das kommt auf der einen Seite vom Gesicht an und kommt von innen nach außen auf der anderen Seite einfach wieder raus. und dieses wirklich Geschüttel von dem Genick von Ronda Rousey nach diesem Knie, Alter, krass. Aber das ist ja das, was die Frauen und gerade die drei schon das ganze Jahr über machen und eigentlich auch schon Teile des letzten Jahres, also was die teilweise an harten Matches rausprügeln, jetzt kriege mein Telefon, das ist sehr geil, macht mal bitte jemand weiter. Ja, ich würde sagen, gerade bei Ronda Rousey merkt man einfach, dass sie das UFC so boxen darf, denn die lässt sich ja wirklich richtig verprügeln anstatt nur Fake, deswegen, ja, ich glaube, das ist auch so das Beste an Ronda Rousey, was man machen kann, wenn sie sich verprügeln lässt mit Schlägen ins Gesicht und was weiß ich. Sie kann sowas ab, andere Frauen würden, denke ich, schreiend rum wegrennen. So, zu diesem Match möchte ich einfach gar nichts mehr sagen. Nein, 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 bitte. Aber alles, was danach passiert, ist großartig. Das ist so großartig, was danach passiert, aber... Werd jetzt bitte nicht zu sentimental. ich möchte dieses Match einfach nur noch vergessen. Ich möchte diese ganze Scheiße nur noch vergessen. Dann vergesst es mal. Ich muss aber dazu sagen, ein echt geniales Segment, auch gerade im Ring, das Match war ja so lala, aber was ich lustig fand, dass die drei Mädels sich während dem Match schon so leicht angefaucht haben, wenn ich denke, ich glaube, es war Becky, die sich während Miss Plastic in der Nähe des Riesa als bearbeitet in ihrer Rednerin war, einfach selbst angefecht hat und zu schaltet so nach dem Motto, und dann natürlich diese Brawl im Backstage-Bereich genial. Also haben wir diese drei, vor allen Dingen, wo dann Ronald Rousey ins Polizeigand gesetzt wurde, haben sie Becky daneben gesetzt. Die beiden drucken sich an und fangen an, sich mit den Füßen umzutreten und alles. im Endeffekt hat Ronald Rousey die Autoscheibe rapute gemacht, wo ich dachte, Alter, dann holen sie Becky raus, wollen sie ins Polizeiauto sitzen, merken, oh shit, da sitzt Charlotte schon drin, holen Charlotte raus, setzen Becky da rein und fahren mit beiden Polizei alles erstmal weg und haben wir alle Segment. Also, wie Dani schon meinte, geht uns das doch bitte öfters. Vor allen Dingen, wie schon gesagt wurde, wie Ron da aussah, die er wirklich eingestellt bekommen hat, die ist aber auch absolut gestört, dadurch, dass es bei den UFC mir irgendwie gewohnt ist, aber, wie gesagt, geile Segment, gerne mehr davon. So, jetzt ist mein Segment auch mega, also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, besser hätte man das echt nicht machen können, das ist echt eine richtig geile Fede, bitte noch ein bisschen mehr davon. Ich möchte noch einen Satz dranhängen, weil jetzt ist mein Telefon woanders. Das Einzige, was mich an diesem Segment gestört hat, waren diese Fake-Polizisten, diese Uniform, Alter, die WWE hat so viel Kohle, dann steckt doch ein bisschen mehr ins Kostüm, Bild, dann, weil diese Auf, nee, hör, in Anführungsstrichen, die die da auf den Armen hatten, Alter, das sah aus, als hätte die jemand als Papa ausgeschnitten und hätte die einfach nur auf die Arme draufgeklebt. Furchtbar. Alles in allem, aber wie gesagt, für mich mittlerweile echt die beste Storyline im Main Roster seit langem. Also, holy fuck, was die da alles abreißen, das ist echt unfassbar. Und ich hab so leider das Gefühl, dass es auch in der nächsten Zeit irgendwie die letzte Storyline wird, die so abgehen wird, weil, ich glaub, Vince ist blöd zu merken, dass das einfach jedes Mal so sein sollte, was Fäden angeht, gerade bei den dreien. Aber gut, wenn sonst keiner mehr was dazu sagen will, würde ich sagen, gehen wir Segment. Und das war mal wieder ein Squash-Match. Und das war so das Squash-Match, was mich neben der Jinder Mahal-Sache am meisten aufgeregt hat. Denn in dem Match war Bobby Root und Gable gegen Heavy Machinery. Und Heavy Machinery durften einfach mal in kurzer Zeit erstmal Root und Gable abfertigen. Ich weiß nicht, wie lange das Match ging, ich hab da jetzt grad die Zahlen nicht vor mir, das kann einer von den anderen gleich mal sagen. Allerdings, glaub ich, dass es nicht so lang war. Und ja, zwischendrin kam noch Lacey Evans raus mit ihrem typischen Walk, mehr aber auch nicht. Ja, ich brauch nicht viel zum Match sagen, es war leider unnötig, auch wenn ich mich echt gefreut habe, dass Heavy Machinery wieder TV-Zeit bekommen hat. Aber so nach Worm. Und das war irgendwas, was auf den Boden ging. Ja. Von mir ganz kurz nur, das Match ging 3 Minuten und 3 und ja, schön, dass Heavy Machinery gewonnen hat, aber mehr brauch ich dazu nicht zu sagen. Ich stimme euch einfach was zu Ende. Warum denn schon wieder Lacey Evans? Da dachte man, wir haben Guru vor ihr oder sie bekommt endlich mal ein Match. Nein, sie taucht einfach mitten während dem Match auf und lenkt alle Beteiligten erst einmal kurz ab, weil sie alle Richtung Rampe schauen, wo sie daher schlussiert und wie das so geht. Unnötig. Ja, 3 Minuten. Das Problem an Lacey Evans ist halt auch, dass sie tatsächlich Matches hat im Main-Voster bei Main-Event, die sie verliert. Tja, dann vielleicht ich noch weniger. Also nicht die einzige Seite, die wir nicht verstehen. Jetzt hat das zu Bläh, wenn man dann die Macht tomt, vielleicht wird es ja besser. Auf jeden Fall 3 Minuten, 3-Match-Zeit. Schön für Machinery, aber unnötiges Match. Die 3 Minuten hätte man auch anders sein können. Da kann man echt schon sagen, gibt uns so und so viel Matchzeit unsere Lebenszeit wieder. Das hätte man echt sparen können, aber ich glaube, man baut hier einen Bobby Roode langsam zu einem Heal-Ton auf. Ich glaube nicht, dass er sich das noch lange anschauen wird, dass immer ein Z-Gable den ganzen Pin einstecken muss. Vielleicht passiert es ja auch schon zu WrestleMania über die Battle Royale. Ich bin gespannt. Ja, dann würde ich sagen, zu dem Match kann man nicht viel sagen, deswegen gehen wir zum nächsten Segment. Sag ich mal, weil das war auch für mich kein Match. Denn Braun Strowman hat gegen die zwei Random-Typen gekämpft und das auch relativ kurz. Hat die beiden am Ende dann mit einem Powerslam gepinnt und das war es dann auch schon. Das Match war ziemlich unnötig. War zwar lustig, aber halt wie gesagt unnötig. Und danach betrat Bobby Lashley die Halle und wurde erstmal gefragt, ob er es denn in Betracht ziehen würde, dass der Demon bei WrestleMania kommen könnte. Woraufhin dann seine Antwort kam, dass es ihm egal ist, ob es Finn Balder ist oder der Demon, denn das Ergebnis würde immer dasselbe bleiben. Und dann hat man Finn Balder auf dem Titan schon gesehen, der erstmal gesagt hat, dass er sich schon Sorgen machen sollte, sag ich mal, dass der Demon bei WrestleMania kommen könnte. Denn bei WrestleMania werden Finn Balder's Demons zu Bobbys Albträumen. Und so hat man den Demon Balder aufgebaut und das mit dem Video noch von Finn Balder richtig geil gemacht. Ich habe mich noch an, ich glaube Daniel war das erinnern, oder war das Evo, ich bin mir gerade nicht sicher, der gesagt hat, dass man am Ende nochmal dann das Ganze zurückbringen soll und dann da Finn Balder widersteht und nicht der Demon. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viel dran auszusetzen. Heißt allerdings für mich auch, dass das Match und der Sieger schon feststeht, denn ein Demon wird bei WrestleMania nicht verlieren. Ja, das war tatsächlich ich. Ich hätte es einfach von der Dramaturgik besser gefunden, wenn die dann danach nochmal das normale Gesicht von Finn Balder eingeblendet hätten. Quasi so als Bildshow, Diashow, wie auch immer du es nennen willst. So nach dem Motto, Finn Balder, Demon, Finn Balder, fertig. Weil es sind ja mehrere Dämonen, deswegen hätte das aus meiner Sicht ganz gut gepasst. Ich fand es aber auch sehr schön anzusehen. Und ja, zu der Geschichte mit Braun Strowman, mich hat es unheimlich genervt. Vor allen Dingen, weil hier dann wieder benutzt wurde, beziehungsweise hier wurde dann wieder aufs Detail geachtet, dass man zwei No-Name-Wrestler genommen hat. Der eine weiß, der andere farbig. Nur damit das Ja zu diesen beiden Co-Hosts da passt, es hat mich einfach unheimlich genervt und getriggert, dass man, warum? Mein Gott, wir wissen alle, was Braun Strowman mit solchen Hempflingen und Nichtskönnern macht. Unnütze verschwendete Zeit. Und vor allen Dingen, ist hier wieder Balus Lieblingsthema ganz weit oben. Wenn man die Gesamtzeit an In-Ring-Match-Zeit zusammenrechnet, ist Raw einfach in den letzten Wochen super lächerlich. Ich gucke mir zweieinhalb Stunden Labern und Unfug an und habe dann, wenn es viel ist, eine halbe Stunde In-Ring-Action. Hallo, falsche Richtung, ändern bitte. Genau so sehe ich das auch. Ich möchte über Raw auch immer gar nicht mehr so viel reden. Okay, das meiste ist echt unterhaltsam geworden in den letzten paar Wochen. Man hat so wenig Wrestling. Es ist auch immer eine Wrestling-Show und nicht wir reden zweieinhalb von drei Stunden und irgendwann gibt es mal fünf Squash-Matches und das war's. Ja, toll. Ja, dann bin ich ehrlich, muss ich auch gar nicht schon. Die mich voll und ganz zu weinen. Was die Matchzeit betrifft, ist es echt mau. Und warum Braun Sturman wieder in so ein Match reingesteckt hat, ich weiß es nicht. Und da noch gegen Backstage-Mitarbeiter. Hätte nicht sein müssen. Gut, ich würde dann sagen, damit wir Raw relativ schnell abschließen können, denn danach kommt noch eine unnötige Sache, gehen wir auch schon zur unnötigen Sache und zwar der Main Event. Baron Corbin gegen Real Mysterio und da hat Daniel schon angesprochen, dass sich Real Mysterio in dem Match schon verletzt hat. Das ist schon die erste Sache, die ich halt dann an der Sache scheiße finde. Das Match war, glaube ich, auch nicht wirklich lange. Baron Corbin hat am Ende mit einem Deep Six gewonnen. Mehr muss man da nicht sagen. Auf der Rampe kam noch Gott Enkel von hinten, hat den Enkel-Lock angesetzt, wo Corbin direkt getappt hat und dann war die Show vorbei. Ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen. Vielleicht sagen die anderen noch was, aber ich fand's unnötig. Kacke. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, war das sogar das längste Match des Abends. Wenn es länger wie zwölf Minuten ging, ja. Wie gesagt, ich bin während der Match eingepennt, deswegen weiß ich nicht und ich hab die Zahl nicht vor mir. Tatsächlich, ja. Das Match ging 13 Minuten 35. Muss man da natürlich gucken, ob man wirklich nur die In-Ring-Zeit genommen hat oder auch dann hinterher das Erscheinen von Kurt Engel noch dabei gerechnet hat. Wenn es tatsächlich nur In-Ring ist, ist es das längste Match auf jeden Fall. Und das ist einer der Gründe und ich bin ganz ehrlich, warum ich froh bin, wenn dieses Wochenende vorbei ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurt Engel seine Karriere mit einer Niederlage beendet. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass Kurt Engel gewinnt. Juhu. Baron Corbin kriegt auf die Fresse. Yes. Ende vom Lied ist, ich muss den Typ zumindest erst mal weniger ertragen und alles, was mich dahin führt, ist gut. Aber des Weiteren wollte ich zu diesem Match noch sagen, ich habe es auch nicht gebraucht. Es waren zwar 13 Minuten und es war einer meiner Lieblings-Superstars in dem Match, nämlich Ray Mysterio. Aber auch Ray Mysterio hat aus Baron Corbin kein vernünftiges Match bekommen. Also, ich frage mich echt, warum man Baron Corbin überhaupt unter Vertrag hat. Okay, seine Promos sind super. Ja, aber man muss doch auch wesseln können. Wenn selbst ein Ray Mysterio, der im Ring alle Freiheiten bei der WWE hat, aus dem kein vernünftiges Match zaubern kann, wer soll es denn dann bitte machen? Tja, ja, Baron Corbin. Was soll man dazu sagen? Schade. Promos, klasse, wie Malu gerade schon sagte. Aber der Rest hat es vergessen. Ray war ja echt ein Zubemann. Aber Baron Corbin, lassen wir es und gehen wir weiter. Ja, da würde ich sagen, gehen wir zu SmackDown und SmackDown hat mit der Kevin Owens schon angefangen. Diese Ausgabe waren AJ Styles und Randy Orton zu Gast, die über das Match reden sollten. Das Ganze ging, glaube ich, nicht lange und auch nicht wirklich lange gut, was das Reden angeht. Randy Orton hat erstmal damit angefangen, dass er während AJ Styles noch in Sporthallen am Wrestling war, er schon in der WWE war und Mandy Wendt von Wrestling hier stand und AJ Styles kam mit im Konto, dass aber während er noch bei Sporthallen war, Randy durch Drogentests gefallen ist. Ich denke, das war mit einer der interessantesten und auch, glaube ich, beste Segmente von SmackDown, denn SmackDown war auch ziemlich durchwachsen. Naja, nach der Aussage mit den Drogentests beziehungsweise kurz danach hat sich Kevin Owens dazu entschlossen, den Ring zu verlassen, worauf sich dann Styles und Orton erstmal attackiert haben. Am Ende sollte der Phänomen im Vorhang kommen, wo Randy ihn aber abgefangen hat mit dem AKO und das war es dann auch schon von dem Segment, war für mich, wie gesagt, eines der besten Segmente in SmackDown, weil SmackDown auch ziemlich durchwachsen war. Aber das merkt man dann, denke ich auch gleich, wenn wir noch mehr darüber reden. Aber jetzt erstmal die anderen, was sagt ihr? Im Endeffekt war es eine super Promo von beiden. Ich fand es auch sehr klasse, wie AJ Styles zu Randy Orton gesagt hat, ja, aber während ich in den Sportteilen gekämpft habe, hast du hier bei WWE gekämpft und nur einen Move gelernt. Fand ich auch ganz witzig, nämlich die Anspielung auf den AKO. Das ist ja so circa auch der einzigste Move, den Randy Orton noch irgendwie bringt. Und Randy Orton meinte dann nur, aber wenn der eine Move so tödlich ist wie mein AKO, dann reicht der eine Move. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, das wird auch diese Match-Story bei WrestleMania werden. Reicht es, einen Move gegen AJ Styles zu zeigen und man gewinnt? Oder gewinnt AJ Styles? Das ist die Frage. Ich habe mit dem Segment genau ein Problem. Und das ist weder AJ Styles noch Randy Orton. Mein Problem war tatsächlich Kevin Owens. Weil, ist euch mal aufgefallen, dass seit er wieder da ist, er genau dieses eine Match hatte, nein zwei, entschuldige, einmal um den Titel und einmal dieses Tag-Team-Match. Und danach bestehen seine Segmente aus der Kevin Owens-Show, wo er sich, wenn auch nur der Anflug von Stress auftaucht, aus dem Ring verzieht. Das nervt mich. Ich will den Mann wrestlen sehen. Und ich hatte gerade, während ich so drüber nachgedacht habe, ganz kurz den Gedanken, was ist, wenn der Kerl schon wieder verletzt ist und das deswegen passiert. Und ich habe echt ganz kurzen Schau über den Rücken, gruselig. Stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich möchte Kevin Owens auch wesseln sehen. Er ist einer der besten Wessler, die man in der WWE hat. Vielleicht sogar einer der besten, die es auf der Welt gibt. Und das finde ich sehr schade, dass er nicht im Ring eingesetzt wird, wenn es wieder daran liegt, dass er verletzt ist. Dann kann ich es mir aber eigentlich nur vorstellen, nicht, dass es eine neue Verletzung ist, sondern, dass er irgendwie nicht alles auskuriert hat von seinen Verletzungen und jetzt immer noch daran leidet. Vielleicht hat man auch einfach momentan keine wirklich Pläne für Kevin Owens bis WrestleMania, weil wie soll man den Owens einsetzen? Und wird deswegen noch bis WrestleMania, sag ich mal, aus Sparflamme gehalten, dass eben so eine Verletzung kommt und kriegt dann bald nach WrestleMania eine Riechseule wie Kanon. Könnte ich mitleben beziehungsweise könnte ich mehr mitleben als mit einer Verletzung, nervt mich trotzdem. Ich will den nicht nur mit irgendwelchen Gummizug-Krawatten da rumsitzen sehen. Naja, die Kevin Owens so ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Aber der AKO war mal wieder aus dem Nichts, kann man sagen. Ich bin echt gespannt auf dieses Match. Also aus dem Nichts will ich nicht sagen, weil ich so ein Star und hab gesagt, ja, jetzt kommt der AKO. Gut, aber wie soll den AJ Styles den abfangen, bitte? Da hat sich er quasi wieder umgedreht, hat er den AKO gezeigt. Aber ja, man konnte sich davon denken, dass er wiederkommt. Aber ich glaube eher, dass er den AJ Styles am Sonntag gewinnen wird. Glaube ich tatsächlich nicht, denn Randy Orton wird relativ gut dargestellt und ich glaube, dass es für AJ Styles nach WrestleMania zum Raw geht. Was haben wir da zu sagen zu dem Ganzen? Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. An sich interessant gewesen auch gerade die Sprüche von AJ Styles und Randy Orton. Ja, fand es gleich schade, dass der vernommene Form nicht durchschiedet ist. Dafür haben wir mal wieder einen AKO gesehen. Wie er so schön gesagt, wurde der einzige Move, den Randy Orton getan. Ja, mit Kevin Owens das lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir nicht, dass er wieder oder immer noch verletzt ist, sondern dass ich einfach noch keine Pläne für ihn habe im Moment. Weil ansonsten wäre es echt traurig und schade, weil er hat es auch echt drauf und wir wollen ihn ja alle sehen. Nicht nur im Rind zum Reden, sondern eher im Rind zum Reden, äh, zum Kämpfen. So meinte ich das. Aber wir werden es sehen, wie schon gesagt, wir werden es im Monat nach bei Raw sehen wahrscheinlich, wie es mit allem weitergeht. Oder zumindest im Laufe der nächsten Wochen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Backstage-Bereich und da hat man Kofi Kingston gesehen, der seinen Vertrag schon in der Hand gehalten hat und den nur noch unterschreiben musste, um sein Titelmatch offiziell zu machen. Also so wildig ein Backstage-Segment zu nennen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch. Danach hat man noch Alistair Black gesehen, der die Halle betreten hat zum erstrichtigen Match, beziehungsweise zum ersten Match bei SmackDown. Und zwar das Acht-Mann-Tag-Team-Match zwischen Alistair Black und Ricochet mit den Usos gegen The Baron Naka Rusev Day. Und das Match fand ich relativ gut, würde ich sagen. Ich fand es nur schade, dass man Alistair Black und Ricochet hier ein bisschen wenig Matchzeit gegeben hat. Ich glaube, das hatte man in den letzten Wochen auch ein bisschen öfter. Jetzt bei Raw eher weniger, bei SmackDown dann aber irgendwie eher viel. Naja, danach kam Alistair Black und danach kam Alexa Bliss raus und hat angekündigt, dass aufgrund des Aufgebens von den Usos sie jetzt als Strafe ihre Titel in einem Fatal Forever bei WrestleMania verteidigen müssen. Und zwar gegen alle, die im Ring standen und somit hat man hier auch schon die Strafe der beiden. Bin gespannt, wie das Match ausgeht. Ich hoffe eher auf Ricochet und Black und bitte nicht Naka Rusev Day, weil ich glaube nicht, dass die Usos verteidigen werden, aber naja, wird man dann sehen. Und genau das ist mein Problem mit diesem Match. Am Dienstag, also für mich am Donnerstag, weil ich habe es mal wieder nachgeguckt, fand ich das Match ansehnlich, es hat Spaß gemacht. Ja, ich gebe dir recht, es war ein bisschen wenig Matchzeit für Black und Ricochet, aber mit dieser Ankündigung von Alexa Bliss ist das ja nichts anderes als, ich muss mir das theoretisch am Samstag exakt genau so nochmal angucken. Warum? Warum mache ich das so? Dann hätte ich das über einen Call von Vince oder von mir aus hätte auch Alexa das ankündigen können und fertig wäre es gewesen, hätte ich das Match aus der Wochenschau rausgelassen, hätte die Ansetzung für WrestleMania gehabt, ich muss mir nicht denselben in Anführungsstrichen Scheiß zweimal in kürzester Zeit angucken und gut wäre es gewesen. Ja gut, Match von den Leuten, war ganz interessant, das Achtmann-Tag-Team-Match, wo ja dann Schillenski nach Amor und Josef gewonnen haben und ja, im Endeffekt 10 Minuten Matchzeit kann man so machen, die Ankündigung im Endeffekt, war auch ganz okay, aber wie schon gesagt, sonst war es quasi die Ursus haben gewonnen, entschuldigt, aber wie ihr schon gesagt habt, diese Ankündigung hätte man auch separat machen können und nicht so, wie sie gemacht wurde. Ja, mehr habe ich eigentlich sozusagen, ihr habt ja alles bereits gesagt. Und da ist die Strafe für die Ursus, da sie nicht angetreten sind, aber ich befürchte trotzdem, dass sie irgendwie die Titel verteidigen, da sie ja auch den Vertrag jetzt verlängert haben, eben weil es auch die Strafe dafür ist, ich glaube nicht, dass sie jetzt zur Strafe den Titel verlieren werden. Also, ich würde es aber auch eher Alistair Black und Trike fickern, aber ich glaube noch nicht so wirklich daran. Rest wurde ja schon alles gesagt. Ich glaube ja, dass die ihre Titel verlieren werden, aber irgendwie denke ich mir das so. Ich bin aber gespannt drauf, freue mich drauf. Ich glaube, unser Podcastleiter kämpft gerade mit seiner Katze. Kann das sein? Ja, ich bin da. Wo waren wir? Ach ja, wir waren hier. Okay, danach ging es, also ihr habt nichts mehr zu sagen, oder? Nein, wir waren fertig. Okay, danach ging es dann weiter mit den Iconics und da hat man, wie Helge vorhin schon gesagt hat, wieder eine Promo von denen gehört. Und die war ja wieder voller Kreis, deswegen möchte ich dazu auch nicht wirklich was sagen. Ich finde Peyton Royce wirklich nicht schlecht, der Mike, aber Billy K. war es einfach kaputt. Ja, und danach meinten sie noch, dass sie die gewinnen würden und haben auch aufgezählt, was die ganzen Teilnehmer so sind, was da passieren wird. Und ja, ich würde sagen, da war eine relativ gute Promo, voller Kreischen, aber ich habe es nicht gebraucht. Gut, und jetzt hol erst mal Luft. Ist ja schlimm. Ja, Michi, jetzt ist dein Einsatz, bitte. Hi, Conic! Ja, Billy K. hat mich gerade angerufen, sie will ihre Stimme zurück. Ah ja, interessant. So, darf ich jetzt? Danke. Promo, Iconics, ich hätte gerne, dass man die beiden auseinander nimmt, so als Tag Team, also splittet, weil eine von beiden ist echt eine Strafe und die andere, die kann man sich echt anhören und auch angucken. Und ja, ihr hört es ja, wie nah unser Michi es schafft, da dran zu kommen. Ich schaffe das mit meiner tiefen und langsamen Stimme nicht, Gott sei Dank. Luki sagt ja die ganze Zeit, die werden relativ schwach dargestellt in der ganzen Szenerie, deswegen werden die den Titel gewinnen. Ich glaube nicht dran, weil die waren die einzigen in der ganzen Szenerie, die die aktuellen Tag Team Titelkrieger gepinnt haben, von daher abwarten. Aber auch nur unfair und dadurch, dass man, dass Billy Kay halt Sascha Banks ihr Arme festgestellt hat. Nein, das war ein ganz normaler Roll-Up. Nein, im Hintergrund hat Billy Kay die Arme von Sascha Banks festgestellt. Oh, okay. Egal, aber sie haben es ja geschafft. Also, wer da gewinnt, ich weiß es nicht. Ehrlich. Ich bete nur dafür, dass es nicht Tamina und Naya Jax sind, weil wie gesagt, eine Gurtverlängerung gibt es leider nicht und bei allen anderen Harre der Dinge, die da kommen, ich weiß es nicht. Du bist jetzt sicher, dass es keine Gurtverlängerung gibt? Ich glaube, Vince würde dafür Geld investieren. Aber ich hoffe natürlich auch nicht, dass die beiden die Titel gewinnen, weil nein, jeder außer die, in der Gute Akkondis brauche ich auch nicht unbedingt, weil wir, wie ich eben bei Roar schon sagte, dann erst recht in den Hörschutz bekommen, indem wir ja jede Woche, wo sie auftauchen, immer und immer wieder ausgesetzt sind. Irgendwann sind wir wirklich taub. Von daher, ja, ich hoffe nicht, dass die Akkondis den Titel gewinnen, genauso wenig wie Tamina und Naya Jax. Ich bin gespannt, trotzdem gespannt, wie es ausgeht. Vielleicht habt ihr recht und die Akkondis gewinnen. Wenn es so ist, dann soll es so sein, aber dann sollen sie doch bitte mal leiser sein. Weil wir sind alles alte Leute. Das ist zu laut für uns. Ich sage auch schon immer, wenn eine Billie Kay dann am Mikrofon ist, kann man ja nicht dieses Mikrofon ausstellen. So am Schreien ist die oder am Quietschen, wie auch immer. Ich glaube auch nicht, dass sie Champions werden. Ich glaube auch, wie Daniel schon sagte, dass Sascha und Bayley nochmal verteidigen werden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir so mit zum, ich würde sagen, dümmst gebuckten Match von SmackDown. Denn wir haben das Handicap-Match Miss gegen Sanity. Ja, ich sage Sanity extra so, weil Sanity bekommt eh schon zu wenig Matchzeit. Und dann in so einem Match fragwürdig, denn The Miss hat natürlich was auch sonst gewonnen. Nachdem das Match erst normal angefangen hat, gegen Eric Young hat er da angefangen, aber dann hat sich Shane so gedacht, ja, mitten im Match komme ich mal raus und sage, dass das Match in Force Gone Anywhere wird. Und dadurch hat Miss dann gewonnen, indem erst Alexander Wolff durch den Tisch geflogen ist, Killian Dane gegen den Stromkasten katapultiert wurde und dann noch Eric Young einen Rollkoffer, sage ich mal, ins Gesicht gedrückt bekommen hat. Wie gesagt, finde ich ziemlich unrealistisch, dass ein Miss alleine Sanity abfertigen darf. Ich habe zwar so ein bisschen verteidigt, weil er am Ende allein gegen Eric Young gekämpft hat, aber das macht das Ganze dann auch nicht wieder wett. Für mich wirklich ziemlicher Bullshit. Ich sage es einfach mal so, hätte es bei War nicht Jinder Mahal gegen Apollo Kuz gegeben, hätte ich gesagt, war das das am schlimmsten gebuckte Match der Woche. Wer sage ich das willst du jetzt auch nicht? Viel mehr als Bullshit kann mir da auch nicht so einfallen. Zumal, was man vielleicht noch ganz kurz nebenbei erwähnen sollte, während seiner Regeländerung hat ja Shane dann auch noch währenddessen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es The Miss ein bisschen mehr ablenkt, dessen Vater weiter beleidigt als Kartoffelgesicht und so Scherze. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Und wenn im Vorfeld jemand meine Familie als Kartoffelgesicht bezeichnen würde, würde mich das nur noch wütender machen. Und eigentlich genau das Gegenteil von dem in mir hervorgerufen als das, was Shane vermutlich gewollt hat. Ja, und der Rest des Matches ist einfach mit dem Lieblingswort aus dem letzten Podcast zu betiteln, nämlich Bullshit. Bullshit hoch 10. Wie kann man denn einen The Miss Sanity Film machen? Wie kann man einen einzelnen Wrestler drei Menschen fertig machen? Also im Normalfall echt unwogig, wenn man es etwas realistisch betrachtet hätten diese drei Leute von Sanity The Miss problemlos fertig gemacht. Aber wir sind uns von der Webe-Win-Win-Nicht-A-Seremo und wir wissen, dass Win Sanity aus ihnen eine gute schlechten kann. Darum lässt man Sanity extrem schwach aussehen und The Miss natürlich extrem stark. Ja, von Shane das fand ich nicht so laut, dass er wieder einmal Miss Vater beleidigt hat, weil irgendwann reicht es auch. Dieses beleidigen geht dir jetzt schon einen Moment lang. Von daher hätte ich das ganz auch nicht gebraucht und das wäre einfach nur Bullshit. Nicht gebraucht, verschwendete Zeit, wenn ich gucke, 10 Minuten lang, 10 Minuten verschwendete Zeit. Ja, also, da tut mir Sanity echt leid. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Sanity in der vergangenen Woche schon zerstört worden von Miss allein, wo Miss total vergessen hat, wieso er überhaupt so ausgerastet ist. Diese Woche Sanity wieder allein zerstört, also ich weiß nicht. Und Sanity stand mal für Chaos. Ich weiß echt nicht, was da Wins sich bei Sanity so gedacht hat. Ich hab keine Ahnung. Echt schade für Sanity. Ich weiß, es ist sehr schlimm, was da mit Sanity passiert. Aber kleiner bis am Rande, Sanity steht ja immer noch für Chaos Booking. Das Problem ist Chaos Booking wahrscheinlich schon eher. Das Problem ist einfach, und das sieht man in den letzten Wochen, und da rede ich jetzt nicht von 14 Tagen, da rede ich jetzt tatsächlich so von 4, 5, 6, 7 Wochen, sieht man halt wieder ganz stark, dass Wins alles aussortiert, was ihm direkt Widerworte gibt. Weil, das hatten wir in der privaten Diskussion schon, Sanity gehören auch zu denen, die relativ zeitnah nach ihrem Call-Up und so Richtung Mitte auf Twitter Riesenalarm gemacht haben, dass sie schwer angepisst sind, wie sie eingesetzt werden. Und das ist jetzt der Retour-Kutsche dafür, und das passiert mit so vielen Wrestlern aktuell, die einfach dann nur noch als Spielzeuge von Wins eingesetzt werden, weil sie sich trauen, das Maul aufzumachen und das nervt. Wie gesagt, ich glaube somit das Segment mit dem meisten Bullshit, aber was wir machen, ich würde sagen, wir gehen dann zum, ich würde sagen, mit einer der besten Segmente, denn nach dem Match kam das Polizeiauto reingefahren, was man gestern bei Raw schon gesehen hat, und Becky war drin. Ja, nachdem halt sie da ausgestiegen ist, kam erstmal Werbung, das ist natürlich Pascal wunderbar, das freut mich jedes Mal, und dann nach der Werbung war sie im Ring mit Corey Graves, allerdings nicht zu einem Interview, denn Becky hat sich gedacht, ne Corey Graves, du interviewst mich nicht, ich mach das für mich alleine, hat sich erstmal auf den Ansagertisch gestellt und ihre Promo gehalten und gemeint, wie schnell das doch gehen würde, von wegen Ronald Rossi macht vor einem Jahr noch ihr WWE-Debüt bei WrestleMania, Charlotte hat ihren Titel gegen Asuka verteidigt und sie war, glaube ich, gar nicht mal bei WrestleMania dabei, ich weiß gar nicht mehr ganz, aber naja, sie hat dann gesagt, dieses Mal wird es bei WrestleMania so ausgehen, dass sie als Doppelchampion daraus gehen wird und für mich ist das so mit das plausibste Ergebnis, was es gibt, denn ich glaube, Becky geht wirklich mit beiden Titeln nach Hause, hätte sie auch verdient, auch wenn ich wieder hier sagen muss, diese ganze Doppelchampion-Geschichte brauche ich nicht, so stellt man Becky, glaube ich, als The Man wirklich besser dar, wenn sie halt Doppelchampion ist, weiß ich nicht, aber sonst brauche ich die beiden Titel zusammen nicht, deshalb WWE und was will man machen. Gut, ich meine, dass Becky Probus halten kann, brauchen wir nicht drüber reden, ihre Einfahrt mit einem Polizeiauto stärkt einfach nur noch meines Erachtens das The Man Gimmick, so nach dem Motto, wie ich war nass, wie ich soll vorgeregt, scheißegal, ich nehme mir sogar ein Polizeiauto, fahre damit mal hinweg, fand ich saustark und ja, bei dem Rest bin ich tatsächlich zu 99,9% bei dem, was Luki gesagt hat, denn wenn wir jetzt schon Doppelchampion ertragen müssen, dann bitte mit Becky, weil A, verkörpert sie die WWE auf Frauenseite meines Erachtens im Moment am stärksten und das The Man Gimmick passt einfach, um daraus den ersten Doppelchampion bei den Frauen zu machen, von daher, bitte, lass es Samstag so sein, alles besser als Miss Plastic. Du meinst Sonntag, aber ich hoffe auch, dass Becky... Ja, ich meine Sonntag. Aber ich hoffe auch, dass Becky den Titel gewinnt, weil bitte, bitte nicht Miss Plastic. Hat schon gereicht, dass sie letzte Woche den Smetup-Titel gewonnen hat und ja, nein, ich schau jetzt immer wieder, wenn ich sie sehe, vor allem da ich heute ein Bild auf Instagram gesehen habe, wieder ein komplett anderes Bild von ihr. Ich glaube, sie war so ungeschminkt oder irgendwie total, sah auf jeden Fall anders aus, als wie sie im Ringen kennen, aber trotzdem immer noch Plastik. Von daher hoffe ich, dass Becky gewinnt. War echt eine interessante Szene, wie sie mit der Polizei unterreint haben und dann im Ringen sich um siebzehnt, selbst interviewt hat. Das The Man-Image könnte man natürlich echt gut weiter aufbauen. Becky ist einfach top. Vor allem wenn es mag sie nicht, aber ich finde sie cool, hoffen wir es, dass Becky es wird. Auch wenn wir schon gesagt haben, dass das mit dem Winner-Takes-All Bullshit ist. Wenn man schon Bullshit fabriziert, soll man wenigstens jemand die Scheiße gewinnen lassen und nicht Miss-Plastik-Bullshit. Die liebe Miss-Plastik. Also nein, ich bin auch für Becky. Hoffen, dass sie Doppel-Champion wird, wenn man es schon ertragen muss. Sie ist genauso wie ihr. Also bitte keine Miss-Plastik. Und eine Runde raus. Ja gut, ich weiß halt jetzt nicht, ob sie da bleibt oder nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie Doppel-Champion wird. Mehr muss ich, denke ich, nicht dazu sagen. Ganz kurzer Anhang noch, weil wir, ich weiß gar nicht, wer alles dabei war, im Laufe der vergangenen Woche zwischen dem letzten Podcast und heute noch eine Diskussion hatten mit einem unserer Podcast-Hörer, der uns vorgeworfen hat, dass er unsere Kritik an Charlotte Flair überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wir ja gesagt haben im letzten Podcast, dass man unheimlich stark merkt, dass sie von Vince aufgrund von Papi-Bonus alles in den Arsch geschoben kriegt. Erstens, du wirst diese Meinung nicht aufs Hauskriegen. Beidens, du hast mir immer noch kein Gegenargument geliefert, was sie zwischen ihrem letzten Title-Run und jetzt plötzlich geleistet haben soll, um diesen Title-Run haben zu dürfen. Nur mal so, an eine ganz gewisse Person. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem Mixed-Tag-Team-Match, unter anderem mit Manny Jones, EC3, Heavy Machinery und viel mehr. Wurde, glaube ich, bei SmackDown als das größte Mixed-Tag-Team-Match aller Zeiten angekündigt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie es gesagt haben. Allerdings hat hier das Match angefangen und kurze Zeit später kam wer raus? Natürlich Lacey Evans. Ja, am Ende geriet dann alles außer Kontrolle und jeder hat sich erstmal angefangen zu attackieren. Eigentlich genau das selbe wie bei Raw mit dem Battle-Royal-Prinzip. Am Ende stand Asuka zuletzt im Ring. Auch hier glaube ich dann, dass Asuka nicht gewinnen wird. Ich glaube, dass es so das WPE-Schema wäre bei Raw wäre bei Raw vor WrestleMania als der im Ring steht und wirklich groß dasteht. Der wird bei WrestleMania verlieren. Deswegen haben auch wir die Angst, dass Seth Rollins zum Beispiel verlieren wird. Ich glaube es nicht, aber irgendwie auch schon. Ich weiß nicht. Allerdings glaube ich auch hier, dass Asuka nicht gewinnt. Aber naja, das wird man dann sehen. Was da geht dazu? Schon wieder Lazy Evan. Man kann es nicht mehr sehen. Ja, die Battle Royale der Frauen ist so eine Geschichte. Ich weiß da echt nicht, wer da als Favoritin zählt, wer da gewinnt. Da ist echt alles möglich. Ich weiß gar nicht, wer die Erste gewonnen hat letztes Jahr. Habe ich schon wieder vergessen. So unwichtig ist diese Battle Royale. Vielleicht wird es ja eine Mandy Rose, wo dann Luki garantiert feiern wird. Vielleicht wird es auch ganz jemand anders, mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Also ich bin echt gespannt. Und zu dem Match kann man ja nicht viel sagen. Wurde ja relativ schnell No Contest gewertet. Ja, dann denke ich, braucht man dazu nicht mehr wirklich viel sagen. Zu Lazy Evans hat man, denke ich, schon bei Raw genug gesagt. Braucht man jetzt bei SmackDown nicht wieder weiter aushebeln, sage ich mal. Deswegen gehen wir zum letzten Match von SmackDown. Und zwar Samoa Joe gegen mittlerweile Ali. Völliger Schwachsinn, aber naja, was wir machen. Das Match war relativ kurz, hat Samoa Joe am Ende durch den Kukina Klatsch gewonnen. Ist ein guter Aufbau für ihn für WrestleMania mehr, aber auch nicht. Naja. Also ich fand es schade, dass man wieder mal Mustafari gegen Samoa Joe antreten lassen hat, wo man eigentlich schon vorher wieder mal wusste, dass Mustafari gar keine Chance gegen Samoa Joe hat. Und man hat das wieder gesehen. So Kina Klatsch, K.O. bewusstlos, durch Aufgabe, fertig, unnötig, hätte ich nicht sein gemusst. Mustafari ist eigentlich ein klasse Kämpfer. Ich finde es echt schade, dass man ihn so dermaßen schlecht bucht sozusagen. Wie schon gesagt, man sollte jetzt möglichst schnell schauen, dass man ihn irgendwie seinen Healton vollzieht. Man merkt ja schon, die Crowd reagiert schon gar nicht mehr auf ihn. Er kann wieder kaum Reaktionen bekommen. Und diese Ansage mit Ali, naja, keine Ahnung, Schwachsinn. Ich finde die Namenskürzung bei Mustafa Ali so ein Blödsinn. Man hätte ihn ruhig Mustafa Ali lassen können. Sumaya war im Ring noch Mustafa Ali Dortmund stand. Nur auf den Teil von Ali. Keine Ahnung. Ich merke gerade, dass Marcel nichts mehr sagt. Deswegen kannst du ja mal was sagen. Ich würde sagen, das ist sehr aussagekräftig. Ich würde sagen, das ist nicht ihr Sagen, aber ich bin auch wieder da. Ja. Dann kannst du ja was zu Samoa Joe und Mustafa Ali. Dann kann ich ja was zu den beiden Segmenten sagen, ja. Zu diesem Mixed Match meinerseits noch ganz kurz. Ich war ganz kurz nicht da. Deswegen reiche ich das noch schnell nach. Wenn ich das jetzt gerade nicht gelesen hätte, ich hätte euch nicht sagen können, dass das ein Mixed Match ist, weil von dem Match habe ich in der Sendung echt nicht viel mitgekriegt. Das ist völlig an mir vorbeigelaufen. Ich habe dann irgendwann gesehen, dass Asuka alleine im Ring stand und plötzlich stand, ich glaube, Otis neben ihr. Ich dachte so, Moment mal, was ist das? Wieso? Und jetzt weiß ich wieso. Ja, und zum Match Ali gegen Samoa Joe. Ich suche immer noch nach dem Warum. Nach dem Warum für die Namenskürzung, nach dem Warum dieses Match. Will man jetzt für WrestleMania doch noch aufbauen, dass er mit ins Titelgeschehen geht? Ich weiß nicht. Und dann Ali in zwei Minuten abfertigen zu lassen. Vince, Vince, Vince. Es wird Zeit, dass nächstes Jahr wird und du dich um deine komische Football-Liga kümmerst. Endgültig. Ich war jetzt gerade sehr lange überlegen, ob ich überhaupt was dazu sagen soll. Mit dem Mixed Match hättet ihr jetzt nicht gerade angefangen, darüber zu reden, hätte ich nicht sagen können, dass es das Match überhaupt gab. Habe ich schon wieder komplett vergessen. So unwichtig war das. Ja, und ich bin Samojo-Fan, ja, aber muss man ein Samojo gegen Mustafa Ali, ich wehre mich dagegen nur Ali zu sagen, innerhalb von zwei Minuten gewinnen lassen, kann man da nicht einfach ein schönes Match rausziehen? Schön 15 Minuten, beide geben alles, vier Sterne Match, noch mehr, scheißegal, und sie hauen einfach alles raus, was sie haben. Wäre doch richtig geil. Nee, sie machen zwei Minuten raus. Es ist super, echt super. Noch auf die Battle Royale zu sprechen zu kommen bei den Frauen. Es stehen ja noch nicht so wirklich viele Teilnehmer fest. Ich frage mich oft bei der Anzahl bleibt oder ob da irgendwie Legenden oder irgendwelche Überraschungen mit reinkommen. Könnt ihr die aber jetzt gerade so bei den Frauen keine nennen, die nicht sowieso schon in irgendeiner Form verbaut sind? Ja, weil 13 sind, glaube ich, sind bestätigt für die Battle Royale. Das ist so eine komische Zahl. Ich weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich sage, es wird genauso wie letztes Jahr. Nämlich, da kommen ziemlich viele von NXT mit rein. An sich ja gut, dass sie halt auch mal Main-Roster-Luft schnuppern dürfen. Ich finde es halt dann immer nur so den weiteren Verlauf ziemlich schade, dass es eben genau nur dieses eine Ding ist und danach geraten sie wieder in Vergessenheit. Das wäre halt mega doof. Weil wenn man jetzt nur die NXT-Leute noch mit dazu zählt, sind es ja mehr NXT-Leute als vom Main-Roster. Da müssten sie ja schon quasi so einen NXT-Superstar die Battle Royale gewinnen lassen. Naja, ich würde sagen, wir gehen zum besten Segment von SmackDown. Das ist eigentlich schon traurig, das zu sagen, dass es mal wieder eine Vertragsunterzeichnung ist. Aber wir sind bei der Vertragsunterzeichnung von Daniel. Danke, dass du mich jetzt rausgebracht hast. Wir sind bei der Vertragsunterzeichnung von Kofi Kingston, der von Michael Cole angekündigt wurde. Irgendwie komisch, Michael Cole bei SmackDown zu sehen. Naja, er war für mich so zwar eine Standard-Vertragsunterzeichnung, zwei Leute im Ring, zwei halten im Promo. Beide Promos waren stark. Ich freue mich auf das Match. Mehr braucht man da nicht zu sagen. Ich hoffe, Kofi gewinnt den Titel und ich finde Daniel Bryan als Champion los werde ich gerade nicht mehr sehen. Ich fand es tatsächlich auch unheimlich stark. Vor allen Dingen den Teil von Kofi, weil das, was er gesagt hat, einfach auch nicht nur Storyline-mäßig gepasst hat, sondern es war ja vollgestopft mit Wahrheit im Endeffekt. Und dieses Gegeneinander zwischen den beiden hat auch gut funktioniert. Das Einzige, was mich tatsächlich irritiert hat, war die Tatsache, dass das eine Vertragsunterzeichnung war, seit langem, die nicht darin geendet ist, dass sich irgendwer auf die Fresse boxt. Weil Kofi unterschreibt den Vertrag, alle gehen mehr oder weniger friedlich auseinander. Das ist eigentlich nicht so das, was man bisher von Vertragsunterzeichnungen gewohnt war. Aber wie gesagt, ich bin Fan von dem, was Kofi gesagt hat und seine Promo hat mich jetzt noch mehr dazu gebracht, einfach zu hoffen und mir auch zu wünschen, dass er den Titel gewinnt. Ganz ehrlich. Ach und by the way, schön, dass du nicht angefangen hast zu lachen, als ich dir das geschrieben hab. Hat keiner mehr was zu Kofi zu sagen? Sehr untypische Vertragsunterzeichnung, wie schon Daniel gesagt hat. Man hat sich echt gewundert, warum diesmal keine Prügelei entstanden ist, weil sonst sind die Vertragsunterzeichnungen ja auch immer in Prügelei geendet, aber diesmal nicht. Also echt mal interessant zu sehen, dass mal eine Vertragsunterzeichnung ohne Fresseboxen stattgefunden hat. Da stimme ich zu. Ansonsten sage ich nur, war super und ich freue mich wirklich auf dieses Match bei WrestleMania. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur NXT, zur besten Show der Woche, mal wieder. Aber das ist ja auch nicht schwer, denn NXT hat damit angefangen, dass die Raw Raiders mal wieder ein Match hatten. Zwar leider nur gegen Local Competitors, aber besser als gar keine Matches vor ihrem Titelmatch. Ja, die haben sie mal eben schnell abgefertigt, zumindest die ersten, dann haben sie sich ein Mikro genommen, haben gesagt, ja, das ist doch keine Herausforderung, wir wollen ja eine Message liefern an Alice Black und Ricochet, dass wir sie auch abfertigen werden, was weiß ich, dann kamen die zweiten Local Competitors raus, die haben sie auch nochmal abgefrühstückt, war an sich ein gutes Segment, stärkt die Raw Raiders gerade wenn man auf das Titelmatch schaut und macht auch Bock auf das Match, jetzt wo wir es aufnehmen, ist ja auch TakeOver diese Nacht, da freue ich mich schon unnormal drauf, aber was seid ihr dazu? Ich hätte jetzt vielleicht noch die Ankündigung schnell drangehangen, ich kann das aber für dich erledigen, danach gab es eine Video-Ankündigung nochmal für das Titelmatch Pete Dunn gegen Walter, brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen, es gab sie, das reicht, wenn ihr das wisst, jetzt zurück zu diesem, ja, zu dieser Zerstörung will ich fast sagen, weil Match kann man da echt nichts sagen, wir haben letzte Woche noch drüber gelästert, dass die Raw Raiders kaum Matchzeit haben, seit sie den Titel haben, eigentlich gar keine, und das geht uns nachher mit jemand anders noch genauso, und siehe da, eine Woche später dürfen sie gleich vier Leute abfertigen, ich bin und bleibe Raw Raiders Fan und ich bin und bleibe Fan davon, wie Hanson sich bewegen kann, trotz seiner Körperproportion, weil der ist ja, wie gesagt, so klein, wie er breit ist, weil groß ist immer so eine Sache, und wenn zufällig irgendeiner von 2K zuhören sollte, ich will diesen Titan Tron. Ist mir klar, dass das kommt mit dem Titan schon noch da ist. Ja, aber es ist ja nicht mehr lang bis zum neuen 2K, wie stell ich mal dann, wenn er da drin sei, dann hast du ihn. Und zu dem Match, ja, vier Gegner mal innerhalb von ein paar Minuten abgefertigt, so kann man sie für das Titelmatch aufbauen, man hätte sie auch gerne mal öfter sehen können, derzeit, wo sie Champion waren, aber ging ja nicht durch den ganzen Turnier. Jo, alles wurde gesagt, ich finde es super, dass man sie wieder im Ring gesehen hat, ich bin ja auch Fan von den beiden, ich finde die absolut klasse, und da kann ich einfach nur sagen, ich finde es gut, wie man sie jetzt aufgebaut hat, in der letzten Show für das Takeover jetzt, und ich freue mich schon so dermaßen auf Takeover, was ja für uns schon heute ist, und ja, der Rest von NXT war aber auch nicht schlechter. Was soll man da zu sagen? Schön, die Warbringers wieder zu sehen, nur ich dachte mir, die Warbringers kam dann in den Ring, und ich sehe die zwei Gegner an der anderen Ringe, ich dachte so, im ersten Moment, was sind das denn für Typen? Und ich so merke, oh, das sind ja die Gegner, und denke mir so, okay, das Match wird nicht lange dauern, genauso war es auch, war ja absolut eine Herausforderung für die beiden, wahrscheinlich eher mal Aufwendung, so dass die beiden nach dem Match gerade mal etwas warm geworden sind, also, schön, dass wir das jeden am Ende noch besser Gegner nehmen können, aber wenn auch vor allem auch schlecht, was ich sehr geil fand, ich glaube, Hansen war es, ich kenne die beiden an mir die Namen, dann lerne ich ganz merken, wer von beiden wer ist, auf jeden Fall, Hansen ist der Dicke und Raw ist der Dünne, ja okay, das war es tatsächlich Hansen, und zwar zweite Gegner, es fing an, dass die beiden getaggt haben und Hansen dann im Ring war, wo er dann, der Tachis Hit ist, zum Beispiel, einfach mal ein Rad nach links gemacht hat und ich dachte, wow, krasse Sache, für jemanden mit so einem Körperbau, so ein Move, geil, hat man ja auch schon bei den letzten Wargames gesehen, wo die beiden ordentlich Moves gezeigt haben, die eigentlich für diese Gewichts- und Turnback-Klasse relativ untypisch sind, die man eher bei den Fuse erwartet, aber geil, ja, fand es ziemlich geil, hoffen wir mal, dass in Tuchet 20 wirklich der neue Endfinance drin ist, der Titan-Torn, weil der ist echt geil und Michi, dauert der immer lang, wir haben April, knappes halbes Jahr, dauert es doch zu leider noch, bis dahin müssen wir noch mit dem guten, backfreien Vivi Tuchet 19 vorlieb nehmen, welches Spiel wir alle so lieben, als er so sehr backfrei ist, aber, ja, die War Raiders sind schon ziemlich cool, bin echt gespannt, wie es ausgeht, heute Nacht bei TakeOver, ob sie den Titel behalten oder ob Ricochet und Alistair Black ihn bekommen, wobei ich eher denke, dass die War Raiders ihn behalten werden, weil Ricochet und Alistair Black sind ja bei Smechtern im Titelmatch drin, schauen wir mal, ich hoffe, dass zumindest Alistair Black und Ricochet einen Titel bekommen, welchen ist mir relativ egal, aber ich hoffe und denke, dass wir heute Nacht bei TakeOver ein geiles Match zwischen diesen beiden Tag-Teams sehen werden und bin echt gespannt drauf, freue mich echt drauf auf TakeOver, zu sehr, da gucken wir alle noch nicht NXT oder die meisten noch nicht, aber mittlerweile gucken wir an NXT echt gerne mal, wie ich, wie jede Woche sagen, NXT ist, wie jede Woche, die beste Show der Woche. Herr, WWE 2K19 sind keine Bugs, das sind Features. Ach ja, stimmt, entschuldige, verwechselt mir so leicht. Und NXT war letzte Woche nicht die beste Woche. Ja gut, Ausnahmen bestehen in die Regel, Michi, Ausnahmen bestehen in die Regel. Und mit dem halben Jahr wollte ich ein bisschen schöner reden, dass Daniel nicht so lange warten muss. Das bringt Daniel trotzdem nichts, er muss selbst nur so, ich verstehe, das ist ein halbes Jahr zu warten. Ja, vielleicht müssen wir alle. Leider. Das ist sehr nett, von dem Michi das Problem ist, dadurch, dass wir ja über unsere eigene Online-Liga quasi jede Woche mit dem jetzigen Spiel konfrontiert werden, werde ich ja auch jede Woche neu dran erinnert. Ich weiß gerade, was hast du da, diese Features sind doch WONDERFUL. Die könnten ja im Spiel vielleicht mal einfügen, dass man auch aktualisierte Titans schon runterladen kann. Oder dass die das nachquetschen. Wir reden von 2K. Die haben doch auch Tag Team-Einzüge reingepatcht durch ein neues Update. Christian, wie Luke schon meinte, wir schweifen ab. Lass uns weitermachen, sonst kommen wir gerade aber zum Ende. Ich würde sagen, wir gehen zum ersten Next-Segment, kann man das sagen? Nein, glaube ich nicht. Auf jeden Fall hat man draußen, außerhalb der Arena, Kennesl Ray gesehen, mal wieder, wieder jetzt nicht, aber endlich. Und sie hat gesagt, dass sie sich für ihren Mann freut, dass er jetzt bei Take-Offers ein enges Ziel-Titel-Match hat und natürlich auch hofft, dass er das gewinnt. Sie aber selbst sich darauf fokussieren möchte, selbst im Titelgeschehen zu sein und sich da jetzt hinzuarbeiten. Dann wurde sie allerdings von Vanessa Born und Carmella Verschnitteleier unterbrochen. Die meinten, dass sie sich nicht so viele Hoffnungen machen soll, denn sie würde ja genauso scheitern, im Titelgeschehen wie ihr Mann. Und ja, dann meinte Candice, dass sie ja mit ihr anfangen kann, sie zu besiegen. Hat eine Challenge herausgefordert. Jetzt bin ich gespannt, wann das passieren wird. Aber an sich war es ein gutes Segment und ich freue mich, dass man Candice Ray in den nächsten Wochen vielleicht mal wieder öfter im Ring sehen wird. Ich glaube, das soll in zwei Wochen kommen. Also nach, oder war das nächste Woche auf jeden Fall, stand es da, wann es kommt. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es war tatsächlich nächste Woche und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird Zeit. Denn man hat ja Candice Ray regelmäßig gesehen, tatsächlich, aber mehr so in den Segmenten, wenn es darum ging, sich um ihren Mann zu kümmern oder um mal wieder angepisst zu sein, weil der sich mit Thomas Tuchampa auseinandergesetzt hat, solange wie er noch da war. In-Ring-Competition war irgendwie gefühlt gar nicht mehr da und ja, es ist einfach Schade. Das Lustige war, was man vielleicht noch als Anekdote bringen kann, ich habe es später geguckt, aber ich habe halt so Reaktionen von den dreien, die es geguckt haben, mitbekommen. Das waren Luki, Malou und unser Evo und Evo sagte irgendwann, wer ist eigentlich die Alte da in der Mitte? und Luki völlig entsetzt. Das ist Candice LeRae mal. Ach echt? Also so in der Art war diese Unterhaltung. Von daher seht ihr, wie relevant die bis dahin in der Show war, dass Evo keine Ahnung hatte, wer das ist. Und ich finde es gut, dass man das jetzt langsam mal wieder ändern will und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie den Titel gewinnt, weil das fühlt sich ja wirklich schon so an wie bei ihrem Mann. Und da sind wir dann wieder bei meinem Thema. Es fühlt sich so an wie bei ihrem Mann. Deswegen muss Johnny bei TakeOver heute Nacht gewinnen. Weil sonst kannst du ihn aus dem NXT-Titel-Geschehen komplett rausschreiben. Tja, ja, da kommen wir ja gleich noch hin. Alles gut. Ich habe diese ganzen Videopakete nicht in meinen Untertiteln aufgenommen, deswegen kann man da schon erst drüber reden, weil ich die nicht redenswert finde, ehrlich gesagt. Aber naja, wir hatten zwischendurch noch ein Segment mit Keith Lee, der noch darauf angesprochen hat, dass er und Dominik Djokovic ein paar Auseinandersetzungen hatten, sage ich mal. Und diese werden jetzt in zwei Wochen beiseite gelegt. Und da habe ich mir schon gedacht, warum in zwei Wochen und nicht bei TakeOver? Ich meine, die beiden sind verdammt stark im Ring, haben eine richtig große Bühne verdient. Gerade am WrestleMania-Wochenende könnten die da einen Fünf-Sterne-Match hinlegen. Und dass man das noch bei NXT bringt, das ist so ein bisschen verschwindetes Potenzial. Mir war schon bewusst, dass du die Videopakete ausgelassen hast, aber du hast auch ein Match ausgelassen. War das Oni Lorcan? Ja. Okay, dann war das danach. Dann komme ich da gleich noch dazu zu sprechen. Weil Oni Lorcan gegen Jackson Ryker war Match Nummer 3 und holy crap, war das ein geiles Match. Krass, Alter. Aber gut, wenn du da noch drauf hin willst, dann ignoriere ich das jetzt. Keith Lee habe ich, als wir es geguckt haben, dann im Nachhinein, ich habe das wie immer eigentlich mit Michi dann nochmal nachgeguckt und Luki kam dann dazwischen und wir kamen zu diesem Segment und ich habe mich so hart darüber geärgert, dass dieses Match nicht auf die Takeover-Card kommt. Dann hat mich Luki tatsächlich aufgeklärt, dass Keith Lee wohl immer noch verletzt ist. Da war ich etwas versöhnlicher mit der ganzen Situation, aber es nervt mich trotzdem, weil Keith Lee und Dominik Dijakovic, super geile Paarung. Die zwei, die haben so gut harmoniert. Ich hätte das so gerne heute Abend gesehen. So müssen wir jetzt noch eine Woche oder zwei warten. Ich habe es hier leider nicht mehr im Kopf und ja, mal gucken. Dann würde ich sagen, weil ich das Match jetzt ausgelassen habe, komme ich nochmal zum Match Unilog gegen Jackson Ryker. Jackson Ryker nach langer Zeit mal wieder im Ring hat das Ganze auch gewonnen in einem, würde ich sagen, ziemlich guten Match nach einem Sit-Out-Spinebuster. Jackson Ryker, ja der kranke Psycho, also das ist ja echt unfassbar, wie der sein Gimmick spielt. Kennt mir sogar vorstellen, dass der in echt so sein kann, wenn er will, aber an sich ist er schon ein Psycho und ich habe manchmal echt Angst, den Ring dann zu sehen, wenn er so mit seinen Augen groß macht und was weiß ich, aber das ist eine andere Sache. Ich hoffe, dass das ganze Match jetzt für ihn so eine kleine Einleitung ist, dass er den Titel dann bei Summerslam gewinnt, also am Summerslam Wochenende den NXT-Titel, weil ansonsten bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass er außerhalb von dem Titel geschehen ist, weil er würde es verdienen. Da stimme ich vollkommen zu Jackson Ryker. Ich kenne ihn mittlerweile schon etwas länger schon aus dem Indie-Bereich, ich finde ihn absolut klasse, ist ein wirklich gutes Powerhouse und das kann ja auch reichen, wenn man weiß, was man für Aktionen bringt und dann Powerhouse-Aktionen bringt, reicht. Und sein Gimmick spielt er perfekt und soher würde ich es mir auch wünschen, dass er irgendwie ins Titel geschehen kommt. Ich hätte da noch so ein paar Paarungen, die ich gerne sehen würde, vielleicht gegen KC oder so, mal sehen. Also man muss ja mal sagen, ohne Lorcan hatte Mumm in der Hose einen Job gegen einen Jackson Ryker zu machen. Und man hat auch ein bisschen es gesehen, die Jobs von ohne Lorcan an dem Körper von Jackson Ryker. Aber das Match, oh mein Gott, und am Ende diese Powerbomb, die hatte schon Indie-Können. Das war glaube ich auch das letzte Mal, wo wir einen ohne Lorcan bei NXT gesehen haben, da er ja bekanntlich fester Bestandteil jetzt geworden ist von 205 Live. Ich fand das Sekund, dieses Match auch echt ziemlich geil. Jackson Ryker und ohne Lorcan zwei Klasse-Wrestler. Ohne Lorcan hat ja auch selber gut gekämpft, hat er natürlich leider verloren nach dem Pin durch den Sid Old Spine Buster vor dem Jackson Ryker. Ja, schauen wir mal, wie sich ohne Lorcan jetzt dann demnächst bei 205 Live schlägt. Und ja, das war eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Aber ging nur mir das so oder sah Jackson Ryker aus, als wäre der in den Schokoladentopf gefallen? Ich meine, mir ist klar, dass das irgendwelche Bräunungsmittel waren, aber das war ja schon Hardcore. Krass, Alter. Mir ist gar nicht so aufgefallen. Doch, ohne Scheiß. Ich habe das, glaube ich, zu mich hier irgendwie gesagt. Das muss aber schon zart-Bitter-Schokolade gewesen sein. Ja, stimmt, das hast du gesagt. Naja, aber... gewesen sein, weil wir es ja später haben. Aber ich möchte mich noch ganz kurz anhängen. Bitte, bitte gebt mir mehr Jackson Ryker Single-Action. Das ist ja völlig abartig, was der Typ kann. Ja, ich hoffe auch, dass er bald endlich mal mehr Matchzeit bekommt. Wie gesagt, auch im Titelgeschehen ansahen wird. Aber, um das Ganze auch abzugucken, würde ich sagen, gehen wir zum Main Event, wo Bianca Balea und Kyrie Zane im Ring standen gegeneinander. Das Match war zum Anfang echt gut, bis zu dem Punkt, wo Steiner Bessler mal wieder unterbrochen hat und das ganze Match im Contest geendet hat. So mittlerweile, glaube ich, das Typische, was sie macht, irgendwie seit vier Wochen jetzt schon, greift sie in jedes Match an, wo sie will. Nervt mich wirklich. Deswegen hoffe ich auch, dass sie ihren Titel heute nachgewinnert, äh, verliert, gegen Io Shirai oder so. Also Io Shirai wäre so für mich der Wundtitel-Gewinnerin, die Wunschtitel-Gewinnerin. Aber das sehen wir dann, denn nach dem Match gab es noch einen massiven Brawl, der darin geendet hat, dass Io Shirai ihren Moonsault gezeigt hat und den Titel auch am Ende hochgehalten hat. Wenn man jetzt so nach dem Main-Roster-Prinzip geht, würde ich auch hier sagen, ja, ich glaube, Io Shirai gewinnt das nicht. Aber wir sind bei NXT und da kann alles passieren. Deswegen hoffe ich immer noch, dass Io Shirai gewinnt. Aber wie seht ihr das? Ich schommel dir vollkommen zu, das Match war in Ordnung und dann der Brawl, okay, der Moonsault wieder wunderschön. Ich weiß nicht, wie man so einen Moonsault ausführen kann. Das ist wirklich perfekt gemacht und im Endeffekt dann hält sie den Titel hoch. Ich würde mir auch wünschen, wenn man dieses Bild am Ende auch bei Takeover sieht. Ich bin das erste Mal, zumindest zu teilen, nicht Lukis Meinung. Denn in dieser, speziell in dieser Folge, fand ich den Eingriff von Jennifer Baszler zwar immer noch unsagbar nervig, aber da war er gut platziert. Und ich glaube, ich hätte ihn diese Woche weniger nervig gefunden, wenn es nicht die drei Wochen davor auch schon gewesen wäre. Eben, aber die drei Wochen davor machen es halt kaputt und deswegen finde ich das unsagbar scheiße. Richtig, richtig, deswegen sagte ich zu teilen. Denn hätte man jetzt diesen Eingriff gehabt, kurz vor Takeover, wo es um ihren Titel geht, für sich stehend, super gemacht, aber dadurch, dass man es, man konnte ja schon die Uhr danach stellen und das macht es halt tatsächlich ein bisschen kaputt. Aber ich hoffe ja auch, dass wir ganz einfach am heutigen Abend beziehungsweise ja mehr oder weniger morgen früh dann davon erlöst werden, weil die alte den Titel einfach nicht mehr hat. Wenn keiner mehr was zu sagen hat, auch ein Herr geht jetzt glaube ich, aber wenn keiner mehr was dazu zu sagen hat, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende vom Podcast, denn danach kommt nichts mehr. Und da würde ich mich von meiner Seite verabschieden, hoffe euch hat der Podcast gefallen. Ihr könnt wie gesagt immer kommentieren, wir sind da gerne offen für, auch für Kritik, was wir besser machen können, was auch immer und dann sage ich Ciao. Auch von meiner Seite her, hoffe es hat euch gefallen, schaltet ein, hört es, liked es, kommentiert es, diskutiert mit uns in den Kommentaren. Ja, viel Spaß heute Abend bei TakeOver, falls ihr die Hall of Fame morgen schaut, auch viel Spaß dabei und natürlich viel Spaß in WrestleMania. Wir sehen uns dann Anfang der Woche wieder mit unserem WrestleMania Podcast sozusagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis dann, tschüss. auch ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr hattet auch Spaß bei der ganzen Woche, wenn ihr alles so gesehen habt und jetzt auch am WrestleMania Wochenende und wir hören uns dann zu dem nächsten Podcast. Tschö, macht's gut. Auch ich verabschiede mich, ich hoffe ihr habt wieder Spaß beim Podcast hören und ihr hattet Spaß bei TakeOver, bis der Podcast rauskommt ist es ja schon rum. Wünsche euch dann viel Spaß bei WrestleMania am Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich glaube ich geht gleich erstmal eine Runde vorschlafen, damit ich TakeOver überstehe. Auch ich verabschiede mich an dieser Stelle nochmal kurz zu dem, was Luki gesagt hat. Natürlich freuen wir uns über jedwede Kommentare und auch gerne Diskussionsgrundlage, aber Diskussionsgrundlage auf der Basis, deswegen habe ich das eben mal so persönlich angesprochen, dass man auch eben diskutieren kann, dass man auch Beispiele bringt, nicht wie das gewisse Leute tun, Herr Spaceboy, einfach zu sagen, ist so, ja ist so, ist aber scheiße. Dann sagt mir warum, dann kann man diskutieren. Und das wollen wir von euch haben, jede Menge davon und wir gehen euch diese Woche ja gefühlt noch 20 Mal auf den Keks, weil wir werden WrestleMania machen, wir werden TakeOver machen und das getrennt voneinander, damit ihr nicht sterbt vor lauter zuhören. Eventuell werden wir, das müssen wir dann noch gucken, die Hall of Fame bei NXT noch reinpacken, damit das auch ganz kurz thematisiert ist, das wird noch so viel Content diese Woche, deswegen verzeiht auch, dass es heute etwas chaotischer gelaufen ist, weil wir gerade echt gucken müssen, dass wir viele, viele Termine finden, wo wir alle Zeit haben. Ansonsten, macht es gut und ciao. mit mit Bis zum nächsten Mal.